Die Beteiligten Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne hierher zurück. Doch hier warte ich und ich werde ihre Seelen wiederfinden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Arantalwa und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Ich merke gerade, ich bin hier so ein bisschen im Weg. Ja, schönen guten Tag. Wir spielen heute wieder das Schwarze Auge, allerdings ohne die Regeln von das Schwarze Auge, weil die mir ein bisschen hinderlich erscheinen. Wir spielen Cinema in einer etwas erweiterten Version. Wenn ihr mehr über Cinema wissen wollt, dann schaut ihr auf rollenhörspiel.de. Da gibt es das Regelwerk, zumindest in der Core-Version, zum kostenlosen Download. Guckt dann da rein und wisst ihr, was wir nutzen. Würfelwürfel oder sowas werdet ihr heute hier nicht sehen. Das heißt, wir versuchen, wie das Regelsystem das auch vorgibt, möglichst immersiv zu sein, möglichst viel in der Spielwelt zu verbringen. Und deswegen wird das dann so passieren, dass wir möglichst unbemerkt das System im Hintergrund laufen lassen. Ja, und dann würde ich sagen, stelle ich auch heute die Protagonistin vor, die heute hier dabei ist. Wir spielen nämlich heute das Prelude von Shaiariel Eulenschwinge, wird gespielt von einer Stadtpoetin. Schön genau. Zum Großer. Genau. Ein neues, unbekanntes Gesicht auf diesem Kanal. Freut mich, immer wieder mit neuen Leuten zusammen zu spielen. Das erste Prelude hatte ich ja mit dem Slaver. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das auf YouTube nachschauen. Nur mit dem hatte ich ja schon mal zusammen gespielt. Und jetzt ist es immer ganz aufregend vorher, wenn man die Leute nicht kennt. Also seht es uns ein bisschen nach. Wir sind noch nicht so eingegroovt. Wir müssen uns erstmal ein bisschen beschnuppern. Aber dafür sind Preludes ja da. Und ja, Shaiariel Eulenschwinge ist eine auelfische Wildnisläuferin. Und wir gucken heute so ein bisschen ins Leben der Shaiariel Eulenschwinge rein, bevor wir unsere Kampagne. Beginnen. Und genau. Danke Elanor. Du hast ja jetzt hier den Marot nochmal verlinkt. Genau. Da könnt ihr alles finden. Genau. Und danke Ariakos für die Subscription. Finde ich sehr schön. Dankeschön. Direkt auch dreimal hintereinander schon. Wow. Das sind die echten Hardcore-Fans hier. Die mich sogar für das bezahlen wollen, was ich hier mache. Vielen Dank. Ja. Gut. Wenn wir gleich in time sind, also gleich anfangen zu spielen, dann könnt ihr ruhig weiter im Chat irgendwas schreiben. Elanor ist ja zum Beispiel da, die ist immer sehr als Moderatorin hier sehr aktiv, kann euch auch Fragen beantworten und so. Also, ich gucke den Chat natürlich auch zwischendurch mit an. Die Stadt vor euch den nicht, glaube ich. Was? Ne? Das heißt, ja, ich lese es zumindest mit. Aber ihr seht es mir nach, wenn ich nicht antworte, wenn ihr irgendwas fragt. Dafür macht Elanor das dann irgendwie, wenn sie Zeit hat oder so. Weil wir spielen ja hier und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man es nebenbei tippt. Also, kann sein, dass ich das mache, aber wenn nicht, dann seid mir nicht böse. Okay. Ja. Hast du noch irgendwie eine Frage, bevor es losgeht? Irgendwelche Anmerkungen? Letzte Wünsche? Stimmt. Ja, kleine Anmerkungen noch von mir für die Leute, die zuschauen. Im System habe ich ja schon erwähnt. Wir spielen in Aventurien, das heißt, wir nutzen schon die Welt vom Schwarzen Auge. Auch die Hintergrundgeschichte von der DSA 5, das heißt, es wird sich um den Sternenfaller auch ein bisschen drehen. Heute vielleicht nur so am Rande, aber immerhin die Kampagne, die ich ja noch nicht verraten habe. Einige haben es trotzdem schon rausgefunden, was wir spielen, aber vielleicht noch nicht alle. Hat ein bisschen was mit dem Sternenfall zu tun, wie fast alle Kampagnen, die in DSA 5 bisher erschienen sind. Aber mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer es rausgefunden hat. Irgendjemand hat uns live in den YouTube-Kommentaren schon gesagt. Ich weiß es, ich weiß es. Ich wusste es schon nach einer Minute 20. Herzlichen Glückwunsch. Erster, könntest du auch schreiben können, das wäre cool gewesen. Na gut, aber falls euch das auffällt, was wir spielen, das ist heute noch nicht so wichtig, und ihr kennt das ganze Zeug, dann haltet euch mit Spoilern zurück. Denn es könnte durchaus sein, dass Stadtpoetin oder die anderen MitspielerInnen im Nachhinein die Kommentare lesen, weil ich die auch immer weiterleite und so. Und dann gespoilert zu werden, ist ein bisschen blöd. Deswegen besser zurückhalten. Oder das halt dick und fett als Spoiler markieren. Wir spoilern auch. Bitte? Wir spoilern ja auch nicht. Genau, du kannst ja auch nicht spoilern, du weißt ja auch gar nicht, worum es geht. Hoffe ich doch. Und wenn, dann kannst du In-Time von Out-Time gut unterscheiden. Wie man das als gute Rollenspielerin so macht. Genau, gut. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir starten. und ich nehme das Ganze nebenbei immer noch auch extra als Audiospur in Zoom auf. Deswegen jetzt einmal hier. Recording in Progress. Zack. Weil ich irgendwie vorhabe, das Ganze auch noch irgendwie als Podcast irgendwann mal zu veröffentlichen, wenn ich dafür Zeit finde zumindest. Die Folge von Sleeve hatte ich noch keine Zeit für. Aber wenn man es hat, hat man es. So. Jetzt habe ich mir hier so etwas zurechtgelegt. Den Start. Im heutigen Prelude geht es um Elfen. Besonders um die Elfe Shaiariel Eulenschwinge. Eine Au-Elfin, Wildnisläuferin ihrer Sippe. Der Hüter der Sterneninsel. Aber was sind die Elfen eigentlich? Wo kommen sie her? Das ist ein Phänomen, zu sehen, was vielen Menschen in Aventurien im ewig ein Rätsel bleiben wird. Und vielleicht sogar auch den meisten der Elfen. Denn die Elfen, die heutzutage leben, haben ihre Vergangenheit lange hinter sich gelassen. In den Salamandersteinen, dem großen Gebirge im Norden Aventuriens, liegt das Herz der Elfenlande. Von hier aus haben die Elfen sich verbreitet. Doch was damals geschah, ist mütig. Die Elfen nennen es Salamandra. Und im Ursprung kamen sie als Lichtwesen von eben dort. Von einer Wirklichkeit jenseits der Welt. Von dort, wo sie kamen, von dem Licht, nahmen sie wahr, was es auf Dere gab. Und sie beobachteten. Und sie wurden beeinflusst von dem, was hier war. Auf Dere. Dort erblühten die Wälder. Dort zerfielen die Berge, erhoben sich von Neuem, wurden abgeschliffen. Und irgendwann wurden die Spuren naher und ferner Orte astraler, elementarer und kamaler Kraft von ihnen spürbar. Lieder, magisches Rauschen, Existenz. Besonders die Existenz von machtvollen, riesigen, geflügelten Wesen im Süden. Und darüber hinaus noch weitere mächtige Phänomene. Und die heutigen Elfen wissen kaum noch etwas darüber. Aber damals war es so, dass die Wesen nicht wussten, was das ist. Sie hatten keine Begrifflichkeiten für Zeit und Raum, für Leben, für Sterben. Sie waren Lichtwesen. Und sie wussten nicht, was Wirklichkeit ist und wie die Wirklichkeit sie beeinflusst. Und ohne sich dessen bewusst zu sein, begannen sie unmerklich, sich in dieser Wirklichkeit zu verlieren. Die Lichtwesen folgten dieser neuen Kraft, dieser Wirklichkeit und sie spürten die Wahrheit der Lichtwelt hinter sich und die Wirklichkeit deres vor sich. Die ersten der Fae der Elfen wurden geboren, aus Licht wurde es sein. Und wahrscheinlich wirkten diese ersten Lichtelfen, die vermutlich aus reiner, strahlender, leuchtender Arcana-Kraft geformt waren, ihre Magie vollständig, freizauberisch, traumhaft, Zauberträume. Und erst später, als der Kontakt zur Wirklichkeit größer und dauerhafter war, sangen sie auch mächtige Zauberlieder, deren Texte und Melodien die Welt nahezu beliebig formen konnten. Mächtige Wesen waren sie, langlebig waren sie. Sie waren Lichtwesen in der Wirklichkeit. Nahe und ferne Orte Aventuriens mit ausgeprägter Arcana-Kraft erschienen als komplexe Bilder in ihren Wahrnehmungen. Leben und Sterben nahmen sie als Urprinzipien von Entstehen, dem Nurda und der Vergänglichkeit des Todes, das Zerza war. Doch mit jeder Berührung der Wirklichkeit wurde das Licht für diese Lichtelfen schwächer und schwächer. Im Dunkel der Zeit verklärt ist deshalb auch der Einfluss Madayas, jener mystischen Lichtelfe, die als allererste und auch als letzte der Elfen gilt und denen Lichtelfen, die den Lichtelfen das Licht zurückgeben wollte. Madaya hatte die Tore zum Licht und zu den Sternen aufgetan und das Mandra war mit in den Elfen und Madayas Traum war für sie und für die Winde war für sie und die Winde brachten das Mandra in jeden Winkel der Welt. Ein Alter unter den Allerersten hatte Augen wie Sternenglanz zu sehen, was sein würde und er sah, dass Taubra und Zerrtaubra das Unaussprechliche in die Welt kommen und wirklich werden. Weil er aber sah, dass Madaya wohlgetan und den Elfen die Kraft ihres Traumes gegeben hatte, dadurch, dass sie sich selbst aufgab, anfing zu träumen und damit den anderen den Zugang zum Licht ermöglichte, da sprach er, ich will zu den Sternen gehen und wachend dem Sang der Sphären lauschen. Ich will sehen mit meinen Augen von Sternenglanz, ich will die Gefahr sehen und jene, die ihnen Einhalt gebieten werden. Zu ihnen will ich von den Sternen her sprechen und seitdem wird er Sternenfee genannt, der weise Wächter über die Harmonie der Sphären. Selten spricht er noch und alles in seinem Heim sieht aus wie Sternenstaub und zuweil sieht man sein Regenbogenhaar am nördlichen Himmel wehen. So oder so ähnlich erzählen sich die Auelfen noch Märchen über ihn und über Madaya, die träumt in den Salamandersteinen tief verborgen auf der höchsten Gipfelspitze immer noch lebt und träumt und den Elfen den Weg zurück ins Licht frei hält. Und dann ist da das Böse, das Dunkel, das eben das zu verhindern sucht. Und seit Neuestem fallen die Sterne vom Himmel, diejenigen, die es ihm nachgemacht haben, die ihr Licht an den Himmel gepfropft haben, um zu sehen, was hier unten ist, die das noch konnten, die das Wissen darum noch hatten. Und nun fallen sie einer nach dem anderen. Und das macht besonders mythische Wesen wie die Hüter der Sterneninsel unruhig. Nicht wahr, Schajariel Eulenschwingel? Beschreib doch mal, wie sieht denn das auf der Sterneninsel bei euch aus und wie ist das Leben und was machst du so den ganzen Tag? Selang war unser Leben recht beschaulich. Wir haben vor allen Dingen aufgepasst im Reißforst, dass nicht andere Wesenheiten, vor allem die Menschen, zu uns gelangen, die Tiere und die Natur zerstören oder den Lebensraum erobern. Wir haben versucht zu beschützen, was da ist und zu hüten. Wir waren recht abgeschieden für uns und haben viel beobachtet, was passiert, wie sich die Völker bewegen, die Menschen kommen und gehen, wie sich die Natur verändert. Nun nehmen wir immer mehr Veränderungen wahr. Wir sehen es in den Blättern und Beugen, wir dass sie sich fürchten, die Vögel fliegen viel früher als sonst hinfort, die Bäume wehen traurig im Wind, die wissen nicht, was da los ist, dunkle Träume ziehen auf, von den Alten, die noch träumen können, sie berichten von Dunkelheit, von Schatten, von Bösen, Früher war unser Leben einfach friedlich, wir haben viele Lieder gesungen, uns miteinander vereint, sind in die Natur gegangen, haben gejagt und auf das Leben geachtet und nun ist Unruhe eingekehrt. Wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Was ist mit den Sternen am Himmel? Unruhe kommt auf in der Sippe und einige der Älteren in der Sippe wollen sogar, dass man die Art, wie man wie ihr lebt, verändert. Die Sterne, dass sie vom Himmel fallen, wären ein Zeichen dafür, dass man sich verändern muss, dass die Welt sich verändert, dass man offener werden muss, wie die anderen Sippen durchaus sich einmal mit den Menschen befasst, nicht nur aus der Ferne, sondern sich wirklich mit ihnen auseinandersetzt. Angebote gab es schon viele, doch immer bisher ausgeschlagen. Und so hat man einen Nachteil im Handel mit den anderen Sippen und auch im Austausch mit den anderen Sippen, denn die haben viel Austausch mit den Menschen. Nur ihr bleibt noch standhaft und das gefällt einigen von euch nicht. Andere hingegen sagen, nein, wir müssen an dem festhalten, was wir hatten. Wir sind doch die einzigen, die noch das hüten, was ursprünglich ist. Und so kommt der erste Zwist in die Sippe hinein. Und vielleicht ist Chayariel Oldenschwinge jemand, der den Zwist gar nicht so leicht ertragen kann und ist deswegen froh, als Wildnisläuferin nicht immer in die hohe Politik der Sippengemeinschaft involviert zu sein, sondern vorauszugehen in den Wald, zu jagen, Blätter und Bäume zu begutachten und eben nicht viel davon mitzubekommen, was entschieden wird. Und so ist sie auch in den letzten Tagen umher gestreift, weit ab von der Sippe, so weit gelaufen, wie sie konnte, vielleicht auch etwas weiter, als sie jemals war, weil merkwürdigerweise die Tiere immer scheuer werden in den letzten Monaten und so musstest du weit laufen und hast aber dennoch fette Beute gemacht, wird eure Sippe bestimmt für einige Monde ernähren können, denn ihr seid ja genügsam und viele seid ihr auch nicht mehr, Nachwuchs gibt es kaum. Aber was ist eh Zeit und Nachwuchs? Das ist für langlebige Faye eh ein Konzept, was zweitrangig ist. Doch heute kehrst zurück den ausgetretenen Weg, den du schon so etliche Male gelaufen bist, wieder unter den Füßen, kannst die Feuer des Lagers schon riechen, kannst die bekannten Bäume sehen und in der Ferne hört man auch schon das Flötenspiel von Fejaria Erzblick der besten Sängerin im Ort in der Sippe. Und doch ist irgendetwas anders. Das Flötenspiel bringt das Lied der Sippe an deine Ohren so vertraut so schön wie immer und doch mischt sich irgendein Missklang unter die Noten ganz weit im Hintergrund kaum wahrnehmbar aber als du einstimmst auf dem Wandern Richtung Sippen Behausungen merkst du es in dir drin dass dieser Missklang irgendwo mitschwingt irgendwas ist anders es ist nicht gut dass es Zwist gibt wir sollten uns einig sein die sollten zusammenhalten und uns miteinander wieder zusammen schließen und vereinen es ist nicht gut dass es Streit gibt das bringt uns auseinander dabei sind wir doch schon nur noch so wenige ich versuche mich der Sippe zu nähern und zu schauen was los ist warum es schon wieder Streit gab die Sonne geht gerade hinter den Wipfeln unter als du die ersten Behausungen in den Bäumen erreichst und dann siehst du auch schon den großen Platz in der Mitte zwischen den Bäumen wo ihr einmal der Rad haltet und wo das große Feuer immer aufgeschichtet wird um dort zum gemeinsamen Kochen und feiern zu können einige da deiner Freunde sitzen dort auch schon und lauschen der Musik die Fejaria von auf ihrer Flöte spielt aber ein ungewohnter Anblick ist ebenfalls dort zu erkennen zwei große breitschultrige Pferde wie du sie noch nie gesehen hast in diesem Lande mit dicken großen breiten Hufen und zerzaustem Fell sehr muskulös als ob sie bestimmt mindestens die halbe Sippe auf ihrem Rücken tragen könnten und daneben ein großer Planwagen ein menschlicher Planwagen Ich nähere mich langsamer und beobachte die Sina Ich finde es nicht gut dass Menschen in unserer Sippe sind Was wollen sie hier Es ärgert mich dass ich nicht informiert bin dass ich das jetzt so erfahren muss Ich beobachte meine Freunde und höre das Lied überlege was zu tun ist nähere mich weiter beobachte die Pferde setze mich zu auf Konten Die Pferde grasen ruhig auf einer Wiese neben dem Platz und als du näher kommst erkennen dich deine Freunde natürlich und laufen mit ausgebreiteten Armen auf dich zu um dich zu begrüßen Ich bin noch etwas skeptisch aber ich frage Was ist hier los Was ist passiert in meiner Abwesenheit Ach Schah Ariel das ist schön dass du wieder da bist und du hast auch so du hast dein ganzes Tier erlegen können ein großes hervorragend Ich habe einen Reh mitgebracht einen Jährling und mich sehr dafür bedankt dass dieses Reh sich entschieden hat für uns nun in den nächsten Monaten als Nahrung zu dienen Das ist wunderbar Das wird bestimmt für ganz viele Tage reichen Ich kann mich hilf dir es auszunehmen und fertig zu machen Dann können wir uns unterhalten Das wäre gut Dann gehen wir doch rüber zu meiner Hütte und bereiten das Reh zu zerlegen ist und bereiten es zu damit es für die nächsten Wochen noch halb geist Inion der Elf den du gerade gesprochen hast ein etwas fast der jüngste Elf in der Sippe ist sehr aufgeregt als er mit dir zusammen das Tier ausnimmt und das Fell abzieht und er ist sehr geschickt darin und ihm gehen die Handgriffe sehr einfach von standen auch weil er zwischendurch durch geschicktes Einsatz seiner Zauber macht unterstützend eingreift was für Elfen ja sehr normal ist und zuerst rückt er nicht so richtig raus mit der Sprache was passiert ist weil du ein bisschen hinterher fragst der ein bisschen betreten und nach unten schauend ja osgiel der der älteste hat sich durchgesetzt er hat das angebot einer dieser menschenhändler angenommen dass sie hinkommen dürfen und tauschen mit uns aber sie gehen in ein paar also wenn die sonde wieder aufgeht gehen sie wieder sie dürften nur kurz hier sein einen Tag hat er gesagt wie kam es zu dieser Entscheidung er hat er hat es einfach angebracht und hat ganz viele stimmen für sich gehabt auf einmal so amarillion hat auf jeden fall auch für ihn gestimmt der war sonst immer dagegen und seine neomir auch obwohl die eigentlich auch gegen menschen ist und immer angst vor ihn hatte aber die haben auf einmal dafür gestimmt warum weiß ich nicht und was will nun dieser mensch was bietet er uns was hat er mit ich hab noch nicht also er hat bis jetzt nur mit dem Osgil gesprochen das war auch eine der Bedingungen er redet nur mit ihm und mit keinem sonst das das winnen finde ich ganz gut dann muss ich mich nicht obwohl ich bin schon ziemlich interessiert an diesen großen pferden die gesehen die sehen aus wie Ochsen meinst du dass sie Kontakt mit uns aufnehmen vielleicht wir müssen ja nicht mit dem Fremden reden wir könnten ja mit den Pferden versuchen zu kommunizieren das habe ich schon aber irgendwie sind sie nicht sonderlich zugänglich sie ganz anders als es ist fast so als wären sie gar keine richtigen pferde sie singen ganz anders das muss ich mir glaube ich näher angucken kommst du mit ja ich mache das hier noch fertig dann geh schon mal ohne mich gut dann gehe ich mal zu den Pferden und schaue sie mir an beobachte sie weiter sie sehen wirklich sehr groß und sehr anders aus ja musst du dir halt vorstellen dass es große breitschultrige kaltblüter pferde sind ich nähere mich ihnen vorsichtig und gucke mal wie sie reagieren sind sehr ruhig ein oder das andere mal schauen sie zu dir auf widmen sich dann aber wieder dem gras zu ihren füßen das auf magische weise immer wieder nachwächst versuche kontakt zu ihnen aufzunehmen mit ihnen zu kommunizieren zu hören wie sie singen was sie denken wie sie sich anfühlen du verbindest dein zauberhaftes wesen dein gesang deine melodie mit der melodie der tiere versuchst auf natürliche weise so wie du es öfters mit den tieren schon getan hast zu kommunizieren und stößt auf eine merkwürdige barriere die du sonst irgendwie noch nie wahrgenommen hattest diese tiere sind in der tat anders als alles was du bis jetzt jemals gesehen hast die melodie ist so andersartig dass du schwierigkeiten hast ihr zu folgen und doch gelingt es dir einige eindrücke zu bekommen dieses sind arbeitstiere noch durch und durch trainiert nur in eine richtung denkend essen weiter existieren und den wagen ziehen der ist schwer der wagen und weite strecken sind zu laufen ein bisschen tun sie mir leid dass sie keine freiheit haben und nur für die arbeit eingesetzt werden und so weite strecken laufen müssen wie lange sie woher gebraucht haben woher sie bekommen kann ich das herausfinden versuchst noch mal in die gedanken der tiere hinein zu schauen und erkennst merkwürdige bilder schayaril hat noch nie eine menschenstadt gesehen nur von weitem irgendwo mal rauchsäulen eines dorfes gesehen und hatte immer im hintergrund nicht dahingehen nicht dahingehen menschen sind krank da steckt man sich mit dem mit der bösartigkeit mit dem nicht sein an und deswegen hast du das gelassen aber jetzt bekommst du eindrücke von gebäuden die nicht auf bäumen sind sondern aus steinen geformt in dem boden verankert wie ein klotz wie ein wie eine barriere die sämtliche natur draußen halten soll der wind pfeift durch durch die kleinen schächte die sie gelassen haben macht es kalt und dann wieder warm weil darin ein feuer brennt in diesen behausungen und deren russigen rauch nur durch einen kleinen schacht abgezogen wird da das feuer auch nicht atmen kann und nicht draußen ist es ist dreckig es ist laut es ist verworren und dann kommt wieder die arbeit und das schöne weil dann ist man da weg aus diesem stein ding dann ist man ja draußen es ist auch ein bisschen faszinierend wie die menschen leben trotzdem kann ich die pferde verstehen dass sie da weg wollen wie es sich so lebt in so einem steinhaus aber scheinbar können mir die pferde nicht so viel mehr verraten schau mir mal den plan wagen an ob ich da was erkennen kann ja der plan wagen steht da sehr auch ein sehr brachialer großer wagen ist unglaublich viel zeug darauf passen dann könntet ihr wenn ihr da alle drauf klettern würdet wahrscheinlich mit der ganzen sippe drauf platz und ja der ist natürlich zu gemacht die anderen Elfen schauen vom feuer zu dir rüber das lied von feyaria hat aufgehört sie hat sich zurückgezogen und dennoch schauen sie alle jetzt ganz interessiert weil macht die da ich fühle mich ein bisschen ertappt und versuche dann doch wieder näher zum feuer zu kommen und den gesprächen zu lauschen die sich da ergeben vielleicht bekomme ich mit was über den fremden geredet wird und ob er vielleicht doch in ein gespräch verwickelt werden kann was die anderen denken ja am feuer erkennst du siandue eine elfin die dir auch freundlich zuwinkt als du auf das feuer zuläufst die dann auch irgendwie zu dir spricht ah shayari komm hier ist wahr du hast das lied verpasst was fayaria neu einstudiert hat ich hab es von der ferne gehört mir gefallen da irgendwie so diese dissonanzen nicht so ganz aber dissonanzen das der situation geschuldet ich hab keine dissonanzen wahrgenommen bist du schon länger hier im feuer und singst das lied mit und hörst dem zu sie hat es vor ein paar tagen neu gedichtet ja was war da anders für dieses lied sie beschreibt den sternenfall ich fand das war mal zeit dass jemand darüber singt das auf jeden fall was hat sie gesungen was bleibt ihr im gedächtnis davon die merkwürdigkeiten dass die sternbilder sie nun anders aussehen und dass immer noch licht da ist obwohl es eigentlich dunkler werden müsste wenn die lichter fallen das ist eine spannende beobachtung ja das ist doch gut dass die lichter weiterhin da sind ja genau das hat sie so gesungen dann brauchen wir uns ja vielleicht doch keine sorgen machen ich bin skeptisch hier mit den menschen hier ja da bin ich auch skeptisch aber vielleicht soll das lied uns bedeuten dass das licht nicht schmaler wird auch wenn wir uns mit den menschen vereinen ich bin unsicher ich möchte mich eigentlich nicht mit Menschen eigentlich sollten die ja auch nur mit Ostgiel reden aber dann kamen die hin und einer von denen war so komisch und wirkte so blass und irgendwie nicht so ganz bei sich und der andere meinte er hätte Fieber und wäre krank und bräuchte Hilfe und dann hat Fejaria und Turan haben dann ein paar Heillieder gesungen für den anderen und der liegt jetzt da drüben in der Hütte und erholt sich während der andere mit Ostgiel spricht meinst du die Lieder haben gewirkt wenn einer gute Heilungs Lieder singen kann dann doch die beiden und wenn sie nicht gewirkt haben dann weiß ich nicht dann sind die Menschen wohl so derartig krank dass ich hoffe sie stecken uns nicht an das wäre tragisch für uns das hoffen wir nicht das wären unsere schlimmsten Befürchtungen dann zerstören sie nicht nur unsere Bäder sondern auch noch uns das wäre fürchterlich ja der sah auch echt nicht gut aus als er hier abgestiegen ist der war so seine Haut war ganz weiß und er hatte Schweißperlen auf der Stirn hat er Angst vor uns ist er elfen krank so was gibt es was weiß ich was Menschen für Krankheiten haben ja das weiß ich auch nicht der andere hat nur gesagt dass das irgendwie Fieber hat das genannt Fieber komisch das klingt nicht gesund nein überhaupt nicht soll ich mal schauen wie es ihm geht und ihm vielleicht ein Stück Reh vorbeibringen du willst zu dem Menschen hin ja ich denke Ilion müsste bald mit dem Reh fertig sein und vielleicht kann ich noch mehr die Kontakt zu denen haben ich weiß nicht ob ich das gut finden soll bleib lieber weg nachher steckst du dich mit dem an was das hat oder keine Ahnung dein Lied wird beeinflusst oder noch Schlimmeres aber vielleicht kann ich was herausfinden was die Menschen hier wollen und sie überzeugen schnell wieder zu gehen mit dem ersten Sonnenlicht sollen sie verschwinden das war doch die Abmachung aber wenn er krank ist kann er vielleicht nicht gehen dann sollten wir helfen dass er auf jeden Fall sehr schnell wieder geht das kann uns ja egal sein ob er geht oder nicht oder na dann bleibt er hier und steckt uns erst recht dann hauptsache verschwindet man die haben doch so einen großen wagen da wird der wohl drauf liegen können hat es ja auch hier hingeschafft du meinst also ich sollte nicht gehen also ich würde an deiner Stelle nicht gehen ich habe viel zu viel angst vor diesen menschen wenn ich nur so ganz heimlich mal gucke ich bin schon ein bisschen neugierig ja wenn dann ohne mich und was machst du dann so lange bleibst du hier sitzen ich bleib hier und pass auf diese gruseligen pferde auf die sind naja das sind arbeitspferde die können nicht viel hast du gehört wie sie singen sie singen von ganz kantigen und scharfen und kaputt machenden sachen ne vielleicht ist es ganz gut dass sie jetzt bei uns sind und dass sie ein bisschen mehr Natur erleben und unsere Lieder waren vielleicht können sie sich in unsere Lieder einlassen und werden dann ja aber wenn sie hierbleiben dann gehen die Menschen ja nicht mehr wer soll denn den großen Wagen wegmachen also unsere pferde könnten die nicht ziehen ja vielleicht vier oder fünf diese pferde ja irgendwie schon vielleicht vielleicht stirbt der eine mensch ja und der andere keine ahnung verschwindet auf magische weise und dann können die tiere hierbleiben und den wagen bauen wir auseinander und machen da feuerholz draus du hast interessante gedanken ich weiß nicht ob das so in unserer sippe ist das sollten wenn da miteinander absprechen wir können ja keine menschen verschwinden lassen ich meine nicht das erste mal der ist hier hingekommen aber wir sollen ja jetzt anscheinend mit den menschen verhandeln auch wenn ich das nicht gut finde aber wenn die sippe das so entschieden hat wir sind ja demokratisch das war alles abgekartet meinst du bestimmt es haben Leute dafür gestimmt die noch niemals dafür gestimmt haben dass Menschen herkommen auf einmal einfach so hat Noski sie überredet oder ihnen was dafür gegeben keine Ahnung wo ist er überhaupt er redet mit diesem anderen menschen rübenweiler oder so heißt er rübenweiler was ist das für ein name ich weiß auch nicht menschenname menschen haben alle so komische namen der redet auch so ganz merkwürdig so mit einer stimme nur und kann der singen nicht so richtig also der kann auch noch nicht mal richtig unsere sprache sprechen ich meine er kann es so ein bisschen aber das klingt er redet halt nur mit einer stimme das ist völlig verkehrt aber man versteht ihn wenn es ist als würde ein weiß ich nicht ein ein Org reden oder so und was sagt er so hast du mal zugehört begrüßung eigentlich ganz nett und dann haben sie halt über den kranken geredet das habe ich ja schon erzählt fayaria hat gesagt sie soll nicht viel erzählen was bei dem kranken passiert ist ok ist sie schon gegangen oder sie noch da ist sie beim kranken sie hatte eben hier das lied gesungen jetzt ist sie wieder zurück gegangen dann werde ich vielleicht erst mal mit ihr reden vielleicht sagt sie mir was mit dem kranken ist vielleicht verrät sie mir das und ob man den besuchen kann oder ob das gefährlich sein könnte ja das ist vielleicht dann die bessere Idee als direkt zu den Menschen zu gehen ja nicht dass ich mich doch noch anstecke man weiß es ja nicht so genau aber pass auf falls sie angesteckt schon ist dann halte ich lieber abstand aber ich ach das wird schon gehen ich werde sie einfach mal fragen ich habe mich auch extra auf die andere Seite vom Feuer gesetzt ja dann bleib du mal hier und beobachte mal diesen Rübenwalder und guck ob die noch was miteinander bereden was wichtig sein könnte und ich frage mal der sitzt halt oben mit Osagiel im Baumhaus letztes Mal sehen müssen wie der klettert das ist irgendwie völlig kannst du nicht näher rangehen und mal zuhören ja ich kann natürlich auch oben klettern aber ich will ja nicht zu den Menschen na gut dann bleibst du hier und passt auf das Feuer auf ich gehe jetzt mal zu Fayaria und frage was mit diesem Kranken ist und ob der morgen wieder sei vorsichtig ich bin vorsichtig dann gehe ich mal rüber zu Fayaria und schaue ob sie da ist ob sie noch singt oder mit sich beschäftigt ist oder Heilkräuter anrührt ja ich glaube wir haben jetzt gerade den Namen so ein bisschen irgendwie abgewandelt Fayaria heißt sie ich schreibe mal eben hier rein ja wenn du sie nach ihr suchst findest du sie nicht bei dem kranken Menschen sondern in ihrer Behausung in einem nach allen Seiten offenen Baumhaus ja wie bei fast allen von euren Baumhäusern gehen da so in verschlungene Leitern und Strickkonstruktionen nach oben die für Elfen sehr einfach zu erklimmen sind und wenn du nach oben kommst hörst du schon wieder einige übende Töne auf der Flöte Fayaria ich bin zurückgekommen von meiner Jagd und habe ein Reh mitgebracht und ich habe überlegt ob es klug wäre diesen Menschen was zu geben damit er gesund wird du warst doch bei ihm ja der ist schwer krank dieser Mensch was hat er denn für eine Krankheit und konntest du ihm helfen ja wir haben ein paar Heil Lieder gesungen ich glaube es es hilft ihm so ein bisschen aber ich fürchte er hat es nicht mehr also sein Lebenslied erlischt bald das können wir noch tun ich weiß nicht nicht dass diese Krankheit unsere Sipper ereilt und wir uns alle anstecken ja deswegen habe ich auch ziemlich ziemlich schnell den Abstand gehalten aber irgendwie tut er mir leid ich gehe nachher nochmal hin und versuche noch einmal verstärkend ich habe mir ist da noch ein Lied eingefallen das wir noch versuchen können soll ich dir dabei helfen ja wenn du das wenn du dich das traust was hattest du nochmal für ein Moment ach das ist eine gute Frage ich weiß dass du mehrere spielst aber vielleicht nimmst du dein Seeleninstrument das Besondere weißt du das mal ist stärker ja werde ich einmal nochmal nachschauen ich glaube ich mag die Windhafen nehmen ja ja das ist gut Windhafen passt perfekt ich glaube du kommst da auch gut rein wenn ich anfange ja dann gehen wir zuerst zu dir und holen die Harfe und dann rüber zu den Menschen gut dann machen wir das lass uns gehen vielleicht können wir die anderen ja noch überzeugen mitzuhelfen aber ich denke zu zweit ist es auf jeden Fall besser als wenn du es ganz alleine versuchst wir können unsere Stimmen vereinen und dann wirkt unsere Magie stärker ja das ist eine gute Idee momentan ist Seminole bei ihm und hält das Lied der Heilung aufrecht wie heißt denn der fremde Kranke ich habe ihm einmal gefragt diese Menschen Namen sind so merkwürdig er heißt wie heißt wie war das Frohwein oder so Frohwein ja vielleicht wäre es gut seinen Namen zu wissen dann können wir ihm das Lied einbeben oh das ist eine hervorragende Idee auf die bin ich noch gar nicht gekommen ja dann muss Seminole muss dann muss dann singen ja du spielst mit der Windhafe und ich mit der Flöte perfekt das wird gut und dann los vielleicht machen wir es noch schneller du holst die Hafe ich laufe direkt schon mal hin und sag schon mal Seminole Bescheid gut dann renne ich los und beeile mich und gehe zu meiner Hütte zu meiner Behausung und hole meinen Windhafer und wenn ich so schnell laufe nehme ich auch nicht so viel von dem war was ringsherum noch passiert ich bin ein bisschen aufgeregt ja und tatsächlich siehst du dann in der Behausung von Seminole die hat sie mit ein paar Vorhängen aus Leinen zu gemacht sie außen zu gemacht wenn du die Vorhänge beiseite ziehst siehst du auch schon Verjahre und sie neben einem wirklich sehr sehr bleich aussehenden Menschen knien und Seminole hat so die Hände über ihm ausgebreitet und man sieht ein bisschen den Schimmer auf ihren Händen und summend summt sie ein Lied der Heilung vor sich hin während Fejaria eilig auf sie einredet und du bekommst noch so ein paar Wortfetzen wir müssen den Namen in das Lied reinmachen und dann wir singen also du singst und ich spiele mit der Flöte und Shaiariel macht auch mit und dann dreht sich Seminole zu dir um als du gerade eintrittst noch jemand bist du sicher dass das ach jetzt bist du schon hier komm rein während die andere Stimme immer noch dieses Summen des Liedes beibehält weil zweistimmig sind und sprechen können und gucken wie der so aussieht und ob ich das Gefühl habe der ist gefährlich oder ob ich irgendwas wahrnehmen kann auf jeden Fall sieht dieser Mann anders aus als Elfenmänner aussehen hat einen dicken Bart breite Lippen ein aufgeplustertes sehr wettergegerbtes Gesicht die Haare sind die auf auf einer kreisrunden stelle oben auf dem kopf ausgefallen anscheinend an der seite hat er noch welche aber oben nicht mehr und die an der seite sind auch unterschiedlich lang anscheinend aber kann auch daran liegen dass er irgendwie komisch liegt gerade liegt so ein bisschen mit dem kopf so zur seite röchelt ein bisschen vor sich hin ist wie gesagt kreidebleich und schwitzt unglaublich man hat ihm den den Oberkörper freigemacht siehst auch hier Brustbehaarung und einen etwas dickeren Bauchansatz und ja ganz eifrige unregelmäßige Atembewegungen eigentlich sieht er ein bisschen aus also wie ein rasierter Org und der riecht auch so auf jeden Fall riecht er nicht gut ja Menschen sind schon merkwürdig es ist kaum zu glauben dass die jetzt aber nicht so schlimm wie ein Org nein aber man kann auch ich glaube manche Elfen können tatsächlich auch mit in den Kontakt treten aber ich kann es immer noch nicht verstehen aber nun gut ich bin ja zum helfen hier also hole ich mal meine Windhafe und versuche mit den anderen beiden zusammen das Lied zusammen zu bringen und zu singen und für froh waren um Heilung zu bitten und zu hoffen dass das Lied ihm helfen möge aber er ist natürlich ein Mensch ich weiß nicht ob Elfenmagie überhaupt bei ihm wirken kann bei Tieren hilft es aber Menschen sind so anders sie sind so unempfänglich für Magie ja und manche von denen haben auch Angst vor Magie hast du gehört genau manche haben auch Angst und gut aber er ist hier bei den Elfen also er hat sich ja schon drauf eingelassen auf uns und mal sehen und ich versuche trotzdem Abstand zu halten nicht dass ich mich mit dieser komischen Krankheit Fieber anstecke und so spielt ihr das Lied der Heilung vor euch hin in der Variation wie Fajaria das vor also wie du das eigentlich vorgeschlagen hat aber wie Fajaria das Lied verändert hat sodass der Name ganz schön da reinpasst in die Melodie es ist ein bisschen schwierig einen menschlichen Namen in die schöne Klangfarbe des Istira der Elfensprache einzuweben es wirkt dann etwas hölzern und hoppelig an der Stelle aber da Fajaria eine herausragende Musikerin ist hat sie das sehr gut hinbekommen das einzuweben und dir fällt es auch sehr einfach ihrem Flötenspiel mit einer Harfe zu folgen und natürlich webt eure Zaubermacht zu dritt einen sehr starken Heilzauber auf den Menschen herunter die Hände von Seminole leuchten noch stärker auf und auch ein Schimmer legt sich über die Harfe und über die Flöte und der Mensch beginnt nun flacher und ruhiger zu atmen ich denke wir singen noch ein bisschen weiter aber es sieht ja schon mal ganz gut aus er scheint für die Magie empfänglich zu sein und ich finde es ganz schön mit euch verbunden zu sein meine lieben Mitelfinnen schön miteinander zu singen so ohne Zwist obwohl hier ein Mensch ist der einfach bei uns eingedrungen ist gut dass wir uns darüber verständigen können dann schlägt er dann irgendwie tatsächlich während ihr noch ein bisschen weiterspielt irgendwann die Augen auf und schaut euch so mit großen fast schon entsetzten Augen an wo wo bin ich hier du bist bei den Elfen in der Sippe der Hüter der Sterneninsel mit deinem Freund Rübenweider eingetroffen um mit uns zu handeln vermuten wir ich kann mich an die letzten Stunden nicht wirklich mir geht es nicht gut glaube ich sagt man das so in eurer Sprache ich habe sie gelernt aber ist das richtig könnt ihr mich richtig verstehen wir verstehen dich sehr gut deine Sprache ist zwar ungewöhnlich und sehr einstimmig aber ich denke wir verstehen was du meinst warum bist du so krank was hat dich ereilt ich weiß nicht mir ist den ganzen Tag über schon so komisch gewesen es war vielleicht ein Sonnenstich es war sehr sonnig auf dem Weg die Preios Scheibe war sehr unermittlich mit mir ich weiß weiß nicht es ist mir noch nie passiert aber der Herr Preios wird es schon recht ich habe vollstes Vertrauen dass er mir vielleicht gibt er mir ein Zeichen dass ich gefehlt habe oder so du sprichst ein Rätsel Mensch wie bitte du scheinst diesen fremdländischen Gottheiten mehr zu vertrauen es klingt merkwürdig für mich aber es könnte sein zu viel Sonne abgekommen hast seht ihr nicht am Tage am Tage ist diese große Scheibe am Himmel das ist sein Licht okay ja ich werfe den anderen Elfen komische Blicke zu ich finde das mit den Gottheiten immer ein bisschen niedlich bei Menschen Verjahre musste ich auch so den ein bisschen das Lachen verkneifen jetzt seid doch mal nicht so die glauben da wirklich dran Menschen okay ich habe davon gehört ja ja und auch man sagt ja auch die alten Elfen auch die hatten ja ihren ihren Glauben und ihre Götter und wozu hat es sie geführt genau in den Abgrund wahrscheinlich würden wir heute alle auch so aussehen wenn wir das weiter gemacht hätten zu diesem Pelz auf der Brust nichts für ungut Mensch ja deswegen ist es doch gut dass wir in so einem demokratischen System leben deswegen umso mehr verstört es mich dass diese Entscheidung für die Menschen war aber das können wir später bereden was ist denn dieses demokratisch wir entscheiden alles miteinander und bereden alles miteinander und müssen uns einig sein in einer Entscheidung das ist ja fürchterlich uneffektiv habt ihr keinen Fürsten nein das ist nein mindestens ein Priester der sagt muss lang geht auch nicht aber wir sind ja wir haben Jahrhunderte Zeit für eine Entscheidung allein dass jetzt Menschen hier sind was Monde gekostet ich weiß es nicht wie viele Jahreszeiten vergangen sind dann danke ich euch dass ihr keine Jahrhunderte gebraucht habt um zu entscheiden dass ihr mich heilen dürft ja da das muss jetzt schnell gehen sonst hättest du morgen nicht mehr erlebt das wäre ganz fürchterlich aber dir scheint es schon besser zu gehen was treibt dich denn hierher Mensch ich bin immer noch etwas verworren ich begleite meinen Geschäftspartner wir sind hier im Auftrag von Hilberto Castellani Talgin und wollen tauschen mit euch und was wollt ihr tauschen was habt ihr mit weißt du das mir ist ganz übel er hat gesagt er möchte besuchen besungene besungene Gegenstände haben was auch immer das ist mein Geschäftspartner weiß das meist mehr davon ich habe mich nur um naja um den Schmuck gekümmert den wir im Gegentausch anbieten Schmuck ja reines ist Gold und Silber nun was sollen wir damit hier in der Natur aber scheinbar hat Noski damit ja etwas vor ich glaube Rosakiel wollte dass wir das einschmelzen und andere Sachen damit machen so als Verzierungen für die für den Sternen Messung das erscheint mir sinnvoll damit könnte man vielleicht herausfinden was das mit den Sternen auf sich hat ja genau deswegen wollte er handeln woher kommt ihr Fremder ich persönlich bin in Garret geboren wo Rübenweiler herkommt weiß ich nicht ich glaube der kommt aus Tobrin irgendwo woher seid ihr jetzt aufgebrochen aus welcher Gegend aus Donnerbach weiter Weg ja das ist ein weiter Weg auch Pferde haben davon berichtet dass sie sehr lange und sehr in der Sonne hergelaufen sind aus diesem Ort der nur aus Steinen besteht und aus viereckigen scharfen Kanten ja ja ich also ich halte es ja auch nicht so mit dem mit Väterchen Fechs was das Handeln angeht vielleicht habe ich zu viel mit diesem Rübenweiler zusammen deswegen ist der Herr Pryos nicht so gut auf mich zu sprechen und brennt seine Sonne auf mein Haupt das könnte sein vielleicht solltest du deine Entscheidungen überdenken ob das so klug ist mit ihm zusammen zu gehen das werde ich ja ja aber erst mal danke dass ihr was auch immer ihr hier macht ich weiß das zu schätzen möchtest du vielleicht Wasser und Kühlung für deinen Kopf oder ein Stück Brühe haben wir könnten dir Wildkräuter zubereiten die deinen Kopf ein bisschen lichten und die Hitze wegnehmen Wasser wäre ganz gut glaube ich Brühe klingt eigentlich auch ganz gut dann werde ich mal den habe echt Hunger aber vielleicht habt ihr auch was braten oder sowas ich habe ein junges Reh heute erlebt das könnten wir dir zubereiten prima richtig super ja klasse eigentlich hätte das für uns aber reichen sollen ihr menschen isst wahrscheinlich ein bisschen mehr davon dann werde ich wobei die wieder ausziehen müssen um zu jagen das tut mir leid ich habe schon richtig Hunger gut ich werde ihm Bescheid sagen wie ein Fürsten mal hier wenn das gut ist dann komme ich nochmal wieder dann handeln wir Reh gegen Geschmeide wir opfern ungern die Wesen der Natur um Gold und Silber zu erwerben ja ja was wollt ihr denn dann haben ich kann alles besorgen für Reh ich glaube nichts aufbieten ich würde dir jetzt was von meinem Reh abgeben von unserem Reh und dann hoffen wir dass du morgen früh wieder auf dem Weg bist das ist sehr großzügig fühle ich mich ja fast schon schlecht bei was würdest du mir denn dafür geben wollen naja was habt ihr denn wie gesagt was wollt ihr denn haben wir haben noch Fälle auf dem Wagen Fälle warme Fälle für den Winter können wir die gebrauchen ich würde mich ja mal mit den anderen unterhalten was sie denken was gut wäre für uns wie gesagt wir entscheiden alles miteinander ich hätte auch noch ein paar bäckchen ghulmund aber die sind teuer was ist eine wohltuende pflanze bei uns heißt das glaube ich bestimmt anders da macht man so einen tee draus und dann wird einem besser also tee kennt ihr oder ja weiß man ja nie aber ihr esst keine kinder oder also wenn du mich so fragst nein wir essen auch keine kinder menschen sind wirklich merkwürdig diese art humor verstehe ich nicht meine cousine hat mal erzählt dass eine schwibbschwägerin eines bekannten bäckers dessen schwiegertochter hat mal ihr kind an den elfen verloren okay und der elf hat das kind gegessen oder so habe ich das verstanden ja das kann ich mir kaum vorstellen was soll sonst mit dem kind gemacht haben das klingt für mich sehr merkwürdig ich glaube auch dass das gelogen war die erzählt immer viel wenn der tag lang ist jetzt wo ich jetzt hier bei euch bin also ich werde krank über den weg und dann wecken mich so drei elfinnen auf also es ging mir schon mal schlechter würde ich sagen und du kriegst sogar noch weh und wir überlegen uns was du zum tauschen kannst prima wenn du kannst ganz blutig bestimmt das finde ich besser ja ich denke Elion hat das noch nicht gebraten wir werden das einfach so zubereiten wie du es dir vorstellen kannst und dazu gibt es Wasser und du rufst dich erst mal weiter aus ja das ist gut hier ist auch der Lappen mit dem kühlt genau leg dir den auf den Kopf damit die Sonnenhitze etwas nachlasst ich guck die beiden Elfen immer ein bisschen verstört an Fejaria schaut so verstört zurück vielleicht können wir auch ein Lied des Eises spielen dann ist ihm noch kälter vielleicht können wir auch ein Lied des Schlafes spielen und er schläft einfach ein und redet nicht mehr mit uns aber dann wacht er nicht rechtzeitig zum Reh wieder auf gut dem finde ich das gerade sehr interessant was er alles erzählt gut ich sage schnell Elion bescheid dass er ein Stück Reh anbraten soll und Wasser bringen soll prima und du er Mensch warum hast du so einen dicken Bauch ist das weil du immer so viel Reh ist was soll das denn heißen ich bin auch gut trainiert und das sind die letzten Worte die Shaya gehört die Menschen bringen wirklich nur Zwist und Unruhe in unseren Ort das geht so nicht aber ich werde jetzt Elion Bescheid sagen man kann keine leidenden Wesen allein lassen man muss ihnen helfen egal ob es Menschen sind oder Tiere bereitet ihr die gemeinsam das das blutige Rehsteak vor und kredenzt es dem Menschen der das mit Wonne und voller Imbrunst isst und gar nicht genug davon kriegen kann aber ich weiß nicht wie viel ihr noch ob ihr noch Nachschub holen wollt dann oder so weil es so viel gibt dann also der ist dann wenn er kann und wenn ihr das mit euch machen lässt fasst das ganze Reh auf das wäre nicht gut wir brauchen das Reh ja auch noch für uns also dann sagt er irgendwann stopp dann beschwert er laut heißt dass er immer noch Hunger hat wir können ihm so Beeren geben so Heidelbeeren und Pomme Beeren und Himbeeren wenn er das auch isst ja er nimmt das am Anfang und dann das Reh war schon besser zur Not ich bin das auch echt müde also ich auch schon spät ich hab immer noch Kopfschmerzen ach dieser Kopfschmerzen du hast was von einem Tausch gesagt ja das macht alles das macht der Rüben weiter fertig äh was was Tausch Tausch was wolltest du uns geben für das Reh äh zwei Silber und Fälle und Pflanzen achso ja Fälle ja äh kann ich das morgen gucken oder geh du auf den Wagen und holst dir runter was du brauchst ist okay gut dann werde ich das einfach mal mir angucken was es da so gibt und was passen könnte für uns ja ich guck mal Fijaria und Seminola an vielleicht wäre es gut wenn einer von euch doch hier bleibt mit Abstand ihr müsst ja nicht direkt nehmen diesen Menschen ich bleib hier mein Fijaria ja vielleicht hörst du ja noch ein paar interessante Sachen aus seinen Träumen und findest heraus was ihn so dick gemacht hat gute Idee Seminola kann Deine also also auf Menschen Größe dann aber auch von einem ganz merkwürdigen Schnitt und mit irgendwie auch mit Leder wie ganz hart gemacht so irgendwie das Elfen kennen ja eher so Bauschkleidung so weiches Material und Leder höchstens für eine Rüstung aber das was die Menschen da so tragen anscheinend laufen nicht ständig mit Rüstung rum so bisschen eigenartig und wahrscheinlich auch sehr sperrig das sieht alles interessant aus ich bin noch nicht sicher wofür wir das gebrauchen könnten ich meine wir könnten das Gold und Silber wirklich einschmelzen aber da müsste ich noch sie einmal fragen was er gebrauchen könnte ob ich mir jetzt die Kräuter einfach von mich nehme das weiß ich nicht das kommt mir doch irgendwie falsch vor ich würde es gern mit den anderen besprechen sehe ich noch etwas interessantes was definitiv ungewöhnlich ist ganz viele ungewöhnliche Waren von denen du noch nie was gesehen hast aber von denen du auch gar nicht weißt was das genau sein soll so ein Brett mit Schnüre also so ein viereckiges Brett mit Schnüren dazwischen gespannt auf die Perlen aufgereiht sind ein Spielzeug für Kinder vielleicht ja genau vielleicht ist ein Musik Instrument zupft so ein bisschen an den Schnüren aber es kommt nur so gut ich werde noch mal kurz zu Nosti schauen und vielleicht ist er noch wach oder noch im Gespräch mit dem Fremden und versuchen mal zu fragen was das soll was er eigentlich möchte von dem Menschen ja Osagiel kommt später noch zum Feuer während man den anderen Menschen zu seinem Partner bringt und dann erklärt er ganz viel was er ausgehandelt hat er bekommt irgendwie eine Truhe mit Geschmeide Gold und Silber und das hat er vor wirklich einzuschmelzen und draußen auf der großen Lichtung wo er selber so einen Stein besungen hat dass er in der richtigen Form sich dreht hat er damit vor so mit Gold und Silber Ornamente da rein zu fräsen und die dann das Licht der Sterne in bestimmter Art reflektieren so dass man da den Sternenlauf besser nachvollziehen kann und dafür hat er jetzt gehandelt und im Austausch dagegen hat er ein Musikinstrument zu einer Laute abgegeben die selbst schwingende Saiten besitzt wo er ein Zauberlied eingewebt ist was die Saiten schwingen lässt dass die Melodie weiter hörbar ist wenn man spielt und tatsächlich ein paar magische Pfeile und er hat auch angeboten der Mensch dass man wenn ihr mehr von diesem Pfeilen hättet dass er regelmäßig Gold und Silber bringen könnte aber Osagir hat gesagt wir brauchen das nicht mehr also ihr bräuchtet das nicht mehr so viele Sternen Konstruktions Steine könnte ja gar nicht machen Ich finde das ist eine kluge Idee von dir dass du die Menschen einleitst damit wir noch genauer die Sterne beobachten können ich hoffe dass keiner von uns krank wird oder sich ansteckt oder dass noch mehr Unruhe in die Sippe kommt wie hast du es geschafft die anderen zu überreden hast du ihnen einfach gesagt wir brauchen Informationen über den Sternenfall genau richtig wir brauchen erstens Informationen und wir müssen da weiter beobachten und bessere Sicht darauf haben außerdem hat dieser Händler angeboten dass er uns Schriftstücke aus einer Akademie bringen kann von weisen Menschen die niederschreiben auf wie nannte er es Papier was sie denken über den Sternenfall und dann hätte er mir das vorbeigebracht und mir beigebracht wie man das lesen kann aber naja so viel Kontakt wollte ich dann doch nicht vielleicht später mal habe ich gesagt so in 200 Jahren oder so ja das ist absolut vernünftig wir sollten den Kontakt zu Menschen nicht noch intensivieren wir haben uns so viele Jahre und Jahrhunderte fern der Menschen gehalten hier im Innersten des Weides richtig das ist doch gefährlich wenn wir jetzt anfangen mit den Menschen zu handeln nicht dass wir den Weg zum Licht völlig verlieren richtig ich fühle mich auch nicht gut dabei dass sein Handelsgefährte hier mit krankem Zustand angekommen ist aber Seminole hat gesagt ihr habt ihm helfen können ja er scheint einen Sonnenstich zu haben das ist glaube ich nicht besonders gefährlich wenn das stimmt dann ist das Sonnenstich dann konnten die Menschen mit der Sonne nicht so umgehen dabei war gestern gar nicht so viel Sonne aber vielleicht sind sie da empfindlicher vielleicht sind sie vor allen Dingen ja gut mit diesem riesigen Wagen kann man auch nicht im Schatten der Bäume fahren das ist ja auch die sind ja auch blöd diese Menschen vielleicht waren sie einfach ein bisschen merkwürdig und haben nicht aufgepasst die sind merkwürdig sie sind merkwürdig sehr sehr merkwürdig hast du gesehen was er für einen großen Bauch hat und wie viel Rehe er essen kann wir hätten dann von Wochen leben können nein das habe ich nur gehört aber der andere also mit dem ich geredet hat der hat noch viel dickeren Bauch das heißt er passt dann noch mehr Rehe rein ich könnte gar nicht so viel Rehe jagen da wäre unser ganzer Wald leer gut dass die Menschen langsam verstehe ich warum wir immer weiter laufen müssen um Rehe zu finden weil die Menschen sie alle aufessen deswegen versuchen wir ja auch die Menschen hier aus dem Wald fern zu halten es kann einfach nicht sein dass sie unsere Tiere bedrohen wir versuchen hier im Einklang zu leben und nur das zu nehmen was wir brauchen aber die Menschen nehmen einfach immer mehr als sie brauchen weil sie einfach so viel brauchen hast du die ganzen Fälle auf seinem Wagen gesehen wie viele Tiere dafür sterben mussten ja er hat mir angeboten welche zu nehmen gegen das Reh was ich ihm gegeben habe aber ich wollte wissen was du dazu denkst sollen wir die Fälle als tausch nehmen oder ein paar der Kräuter und Pflanzen die er auch hat auf seinem Wagen ich glaube damit die Fälle der Tiere wenigstens einen Zweck erfüllen würde ich sie nehmen bevor die da weiter auf diesem Wagen herum gammeln das stimmt das ist eine kluge Idee dann sollten wir die Fälle nehmen aber die Kleidung würde ich eher nicht nehmen die passt sowieso höchstens noch Ilion aber sonst niemand und Ilion ist auch weit rausgewachsen ja die habe ich gar nicht genau gesehen Kleidung haben die da ja die haben so Kleidung aber so Menschenkleidung das ist ganz viel Leder also eher so Rüstungen ich glaube nicht dass einer von uns da hinein passt wir haben auch wirklich keine Verwendung für Rüstungen also die Orks sind ja auch echt nicht mehr hier in letzter Zeit und ich glaube die kommen auch so schnell nicht mehr vielleicht tragen die das auch einfach nur so aber bei uns wären es definitiv eher so Leder Rüstungen aber wer weiß was die damit machen vielleicht gehen die da einfach mit einkaufen oder handeln oder aber ich glaube wir können das nicht gebrauchen die Kleidung ne lass das mal aber wir könnten die Fälle nehmen und dann schauen was wir damit tun können ja der Winter kommt ja auch bald und vielleicht können wir da ein paar Decken draus machen oder ein paar Abdeckungen für die Häuser viele der anderen Sachen konnte ich nicht einordnen ich weiß nicht was das für Menschen Zeugs ist ich denke das ist eh sehr gefährlich und verwerflich wir sollten uns nicht zu viel von den Menschen Sachen die wir nicht kennen hierher holen nicht dass sich doch noch eine Krankheit ausbreitet und nehmen vielleicht nur das was wir kennen ja ja ich spüre auch diesen Schatten er ist irgendwo ganz im Hintergrund des Liedes ich höre das wir sollten zusehen dass sie morgen wirklich beim ersten Sonnenstrahl das Dorf verlassen und am besten nie wiederkommen und auch nicht von den anderen Menschen von uns erzählen nicht dass sie noch mehr auftauchen und hören dass man Monsteril bekommt oder ähnliches das habe ich ihm klar gemacht diesem wie hieß er noch Rübenweiler falls noch einmal einer uneingeladen über die unsere Grenzen marschiert dann naja war es der letzte Schritt den er gemacht hat sehr gut und ich habe ihn auch beschrieben wie unsere Warnzeichen aussehen damit er weiß wo er sich er hat nämlich gesagt er wüsste gar nicht wo unsere Grenze ist und ob die denn dieser wie heißt er wie hat er ihn genannt Fürst ob er davon wüsste dass da eine Grenze ist was ist das für ein Fürst ich weiß nicht keine Ahnung wer dieser Fürst ist er sprach irgendwie ganz komisch von ihm vielleicht ist das einer von diesen Göttern die die haben weiß wie heißt der noch noch mal ich glaube der andere hat auch Fürst halt Fürst überhaupt dieses menschliche System dass die das nicht miteinander verhandeln und es so einen gibt der Befehle gibt sehr merkwürdig hat er noch mehr von dem erzählt er wollte ganz viel erzählen aber ich habe nur das Nötigste mit ihm besprochen und er war auch sehr aufgebracht weil sein Freund krank ist deswegen haben wir ihn dann nachher rübergebracht dann sollte ich vielleicht gleich auch noch mal nach den beiden schauen gucken ob es denen jetzt gut geht aber ich gehe erstmal noch mal zum Wagen und hole mal die Felle und er hat ja gesagt das geht schon wir können die tauschen es war schon viel zu viel Kontakt den du mit ihnen hattest du hältst dich auch fern von ihnen also Feriaria ist jetzt bei dem Kranken und der andere ist auch dabei und das habe ich auch zugelassen dass sie da bleibt sie wollte das unbedingt machen weiter das Heilungslied zu singen und ich werde mich auch noch einmal um das Wohlergehen von ihnen kümmern aber bitte das war schon einmal zu viel auch wenn es dich reizt ich werde sagen dass wir die Fälle nehmen das werde ich ausrichten und dann aber dann musst du auch auf dich aufpassen nicht dass du auch verführt wirst ich hatte schon viel mehr Kontakt mit ihnen als du wenn dann ist es eh schon um mich geschehen dann ist es nur schade um mich und nicht um alle anderen aber das können wir nicht riskieren sei vorsichtig ich bin immer vorsichtig das werden wir sehen gut ich werde mir die Fälle jetzt besorgen und zu unserer Gemeinschaftshütte bringen ja mach das was wir damit tun können und dann gehe ich zu Fejaria in die Hütte sein sie hat mich doch eingeladen bei ihr zu übernachten ach so davon weiß ich nichts aber ja nicht zu den Menschen nein gut dann sind wir uns einig dann lauf fernherzens ja gut dann gehe ich nochmal zu dem Planwagen hole mal die Fälle und gucke auch nochmal wie es den Pferden geht ob die auch Wasser brauchen oder mehr magischen Gras wenn du sie noch mit Wasser versorgst das nachwachsende Gras dann tun sie sich immer noch ein bisschen gütlich aber Wasser nehmen sie auf jeden Fall auch sehr dankend an dann gebe ich ihnen nochmal Wasser und hoffe dass sie irgendwann in die Freiheit kommen wenn du sie so besinkst und von Freiheit sprichst dann verstehen die diesen Begriff gar nicht also kommt so eine Frage wir sind doch frei auch ihr werdet vielleicht irgendwann sehen dass es einen Weg zum Licht gibt aber gut dann werde ich jetzt mal das Übernachtungsangebot annehmen und ich weiß nicht vielleicht ich hätte doch nochmal zu dieser Hütte gucken aber ich darf ja nicht es ist schwierig ich einfach lausche aber bin ich auch zu nah dran es ärgert mich immer werde ich ausgeschlossen jetzt bin ich schon tagelang im Wald und bekomme sowieso nicht viel von der Sippe mit und jetzt werde ich schon wieder ausgeschlossen was soll das denn blöde Menschen stellen eine komische Herausforderung vielleicht gehe ich so ein bisschen an dieser Hütte nochmal vorbei und gucke ob ich irgendwas hören kann von außen dann bin ich ja nicht in der Hütte und gehe nicht zu den Menschen aber vielleicht kriege ich ja doch nochmal was mit vielleicht lässt du dir auch ein bisschen Zeit vergehen dazwischen sodass wenn die ersten schon schlafen gehen und nicht mehr so gut achtet und wie die Feuer ausgemacht werden so in den dunklen Zeiten der Nacht der späteren Nacht nochmal an der Hütte vorbeiläufst ja und tatsächlich kannst du noch ein paar Gesprächsfetzen irgendwie mitbekommen trotz der späten Nacht scheint sich der Frohwein nochmal aufgerappelt zu haben und scheint mit Verjaria oder mit Rübenweiler zu sprechen zumindest nur seine Stimme gerade zu hören dann sagt er irgendwie ich habe immer noch so Hunger das ist fürchterlich gibt es nicht noch irgendwie was von diesem Reh und dann hörst du die Stimme von Verjaria ich weiß ich glaube Reh gibt es nicht mehr ich habe hier noch ja ja ich habe hier noch einen Bären Bären haben wir noch Bären nee spiel noch mal dieses eine Lied das ist mein kaputtes Ohr da höre ich nicht so gut auf dem anderen Ohr höre ich viel besser dann hört schöne Träume hast von deiner Wanderung durch die Wälder von dem Sonnenaufgang den du auf den hohen Felsen mit ansehen konntest das Schimmern auf den Blättern und das Rauschen des Baches dem du gefolgt bist in den Ohren erwachst du am nächsten Morgen mit dem ersten Sonnenstrahl wieder Ich bin natürlich ein bisschen gespannt ob die Menschen jetzt wirklich unsere Sippe verlassen oder sie sich doch und was haben einfallen lassen um länger zu bleiben und ob der Mensch da krank war ob es ihm jetzt besser geht und ob er nachts heimlich noch das ganze Reh auf gegessen hat Ja das sind viele Fragen auf einmal was guckst du zuerst nach Also ich gehe zuerst mal zu der Hütte und gucke ob da die Menschen noch sind Ja dann siehst du wie sie gerade den Steg hinunter klettern zu dem zu dem Wagen der Frohwein sieht immer noch super krank aus also ist immer noch mega bleich und tut sich auch mit dem Klettern sehr sehr schwer und muss dann als er unten angekommen ist auch von Rübenweiler gestützt werden der in der Tat noch einmal doppelt so breit ist und dem scheint es immer noch nicht besonders gut zu geben Osagiel steht daneben und versucht zu helfen und fragt dann auch noch mal nach was ist denn ich weiß nicht es fühlt sich als würde ich von innen verbrennen es ist dann meint dann der Rübenweiler irgendwie so es ist ein Fieber wir müssen so schnell wie möglich ins nächste Dorf wo ein Paranige weiter ist vielleicht kann der uns dann helfen aber vielen Dank für eure Hilfe und die Gastfreundschaft das ist schon sehr merkwürdig dass dein Freund meinst du wirklich er hat nur so einen Sonnenstich oder ist es doch was anderes die setzen ihn mit vereinten Kräften oben auf den auf den Wagen drauf und dann kippt er sofort so nach hinten weg das sieht nicht gut aus schaffen die das überhaupt noch ins andere Dorf aber ich bin auch froh wenn der einfach weg sind dann ist das nicht unser Problem man hilft dem Rübenweiler die Pferde wieder anzuspannen Rübenweiler sieht übrigens auch inzwischen ein bisschen bleich aus den hast ja vorher noch nicht gesehen gehabt aber der sieht auch ein bisschen bleich aus nicht so schlimm wie der Frohwein aber auf jeden Fall auch vielleicht sind Menschen allgemein so bleich das kann natürlich auch sein und dann machen sie sich auf den Weg irgendwann und dann ist dieses schweren Hufe von den Pferden lassen die Erde so ein bisschen erzittern als der Wagen sich dann in Bewegung setzt und die elfische Siedlung verlässt ich bin ja ganz froh dass die jetzt weg sind aber ich wäre trotzdem neugierig doch noch mehr zu erfahren vielleicht ist ja nachts noch was rausgekommen ich frage mal meine elfischen Freunde ob die nachts noch fragt sie ja wo ist sie denn ist eine gute Frage wo ist sie ist sie vielleicht noch in der Hütte oder ist sie am Feuer ist nicht in ihrer Hütte gewesen weil da hast du ja geschlafen am Feuer ist sie auch nicht und sie ist auch nicht in der ich gucke erst mal überall herum ob ich sie irgendwo finde findest sie schlafend vor in der Eiler Hütte dann lasse ich sie vielleicht einfach schlafen gleich war sie zu lange wach in den letzten Nächten brauche jetzt ihren Schlaf komme ich mit ob sie was träumt es scheint ziemlich friedlich da zu liegen sieht sie blass aus oder ist sie gesund sie sieht eigentlich ziemlich normal aus schläft tief und fest schnarch dann ein bisschen vor sich hin lass ich sie vielleicht überschlagen und wechsle jetzt nicht auf und Osagi ist der noch da ja der hat ja unten dem Rübenweiler geholfen mit dem mit dem Wagen und stand dann halt am Dorf Ausgang als dem hinterher zu gucken dass sie auch wirklich gehen und hat dann noch ein paar Krieger hinterher geschickt dass die auch wirklich dann weiter weg sind und kehrt dann zurück zum Feuer dann spreche ich ihn da nochmal also mir macht das ja immer noch gedankt mit diesen menschen meinst du nicht dass diese krankheit sich hier irgendwie ausbreitet ich hoffe die sind jetzt wirklich weg und alle bleiben gesund wir müssen auf jeden fall wachsam sein das stimmt ich habe seminole schon angewiesen uns alle die nächsten tage zu untersuchen ja ja und vielleicht sollten vorsorglich ein paar Heilieder singen den ganzen Tag miteinander das schadet auf jeden fall nicht ja sind sie wirklich weg und sie haben nichts von uns heimlich entnommen oder entfernt oder so sie haben das bekommen was sie tauschen wollten okay und du machst dich jetzt daran das Gold und Silber einzuschmelzen ja ich denke schon dann hoffentlich finden wir was über den Sternenfall heraus dass die ganze Aufregung wert war das hoffe ich auch ja nicht dass die nochmal kommen müssen um diese Akademiesachen zu bringen ich fühle mich nicht wohl dabei das war vielleicht war es sogar ein Fehler ich denke auch dass das aber das war ja eure Entscheidung also jetzt müssen wir damit leben und vielleicht werden wir irgendwann das in unser Wiedereinleben und uns daran erinnern dass der Kontakt zu Menschen einfach nicht gut für uns ist ja ja ich hoffe es geht alles gut meinst du nicht rübenweiler sah so krank aus heute morgen ob das irgendwie das ansteckend ist das weiß nicht gestern als wir geredet haben sah er auf jeden Fall lebendiger aus sagen wir mal so sollten wir wen hinterher schicken und das beobachten oder unsere Heilkräfte verstärken ich möchte eigentlich nichts mehr mit diesen Menschen jetzt erstmal zu tun haben es war schon viel zu viel Kontakt ich bin froh dass sie weg sind wie gesagt ich glaube ich habe einen Fehler gemacht ich habe so darauf gepocht dieses gold und silber handeln zu können das das war ein Fehler gut vielleicht war es auch das richtige wir werden sehen wenn wir etwas über den Sternen erfahren und vielleicht kann das uns Antworten geben auf unsere Fragen was mit den Tieren ist und mit den Bäumen und warum Sterne vom Himmel fallen es kündigt sich irgendwas an irgendwas ist anders dann war es wenigstens nicht umsonst dann soll ich ich bin jetzt ein bisschen ratlos soll ich nochmal jagen gehen nicht dass wir verhungern der fremde hat das ganze Reh weg gegessen also fast das ganze bisschen ist noch da du warst fast mehrere Monate weg um das Reh zu holen wie lang bist du denn gelaufen weit weit ich habe wenig andere Elfen getroffen ja und ich bin den Menschen ausgewichen aber und hast anscheinend auch keine Rehe gefunden also wenn du jetzt noch weiter laufen musst das stimmt das ist auch ein bisschen dann müssen wir wohl die nächsten Wochen mit dem auskommen was wir haben aber das schaffen wir schon wir haben ja zum Glück Bären das sollte uns ein bisschen retten bevor der Winter kommt aber dann müssen wir vorsorgen wir können den Winter nicht überstehen wir haben zwar jetzt die Fälle aber wir sollten trotzdem schauen dass wir vorher genug haben ja du wirst auf jeden Fall noch einmal loslaufen müssen um ein bisschen was zu jagen muss ja kein Reh sein vielleicht ein Schwein oder etwas anderes ja vielleicht zur Not werden wir einfach ein paar Bärensträucher wachsen lassen über die über die Lieder wenn es uns ganz schlecht geht solange unsere Magie hält ja ich hoffe dass diese Sternenfeind nicht bedeutet dass auch wir schwächer werden und uns zurückziehen dafür gibt es momentan noch keine Anzeichen dann wird das nicht so sein ja aber wenn du magst kannst du ja den Kriegern hinterher und auch nochmal schauen ob die Menschen wirklich verschwinden meinst du da muss ich aber aufpassen dass ich dir nicht zu nahe komme nicht dass ich doch noch krank werde oder hier was einschleppe wenn einer sich im Wald bewegen kann und auf Distanz bleiben kann und trotzdem beobachten kann dann bist du das doch stimmt gut dann werde ich mir ein paar Sachen zusammensuchen die ich brauche und werde ihn hinterher schleichen und schauen ob sie auch wirklich unser Gebiet verlassen das war der Auftrag den die Krieger auch hatten ja gut pass auf dich auf das mache ich doch immer dann nehme ich mal meinen Bogen mit falls mir sich doch irgendein Tier mir noch auf den Weg wirft vielleicht ein kleines oder ich irgendwas anderes finde was man essen könnte nehme ich auch noch ein paar Taschen mit und mache mich mal auf den Weg dann wirst du den halben Tag würde ich sagen irgendwie nochmal die Krieger verfolgen und die Wagenspuren und dann auf ein bisschen Distanz kommen dir irgendwann die Krieger wieder entgegen sind ziemlich aufgebracht und reden sehr schnell miteinander ich bleibe im Hintergrund und höre aber zu was sie sagen als sie dich noch nicht bemerkt haben so Sachen wie ich wusste dass man den Menschen nicht vertrauen kann diese dreckigen stinkenden Rosenohren das will ich jetzt doch mal genauer wissen und ich komme aus meinen hinter den Bäumen hervor und gebe mich zu erkennen und sage dass ich ihnen gefolgt bin weil ich auch den Auftrag hatte zu schauen ob die Menschen wirklich verschwinden und ob sie nicht doch noch eine Krankheit zu uns bringen und fragt was los ist was passiert ist ah schayarie du hast erschreckt niemand kann sich so lautlos durch das blattwerk bewegen wie du das stimmt doch meine eltern konnten das und von ihnen habe ich das gelernt das ist eine gute gabe danke dass ihr das nicht bemerkt habt es zeigt dass ich das weiter ausbauen konnte aber nun zu den fremden was ist denn passiert warum seid ihr so aufgebracht was haben sie getan der eine fremde ist von der kutsche abgesprungen und hat uns angegriffen was er hat euch angegriffen wieso denn das naja naja aus heiterem himmel aus heiterem himmel und ist irgendwas in ihn gefahren wollte er irgendwas haben oder dieser dicke mensch hatte keine chance ich habe ihn mit dem speer auf distanz gehalten und dann hat er einen mächtigen zauber geworben oder irgendetwas versucht und ist dann in Flammen aufgegangen er hat dann zauber geworben und ist in Flammen aufgegangen ich weiß nicht ja war das dieser kranke mensch ja ja dieser frohwein ja 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 er ist in Flammen aufgegangen als er auf mich zusprang dann habe ich ihm den Speer in den Bauch gerammt als als er wollte glauben er wollte mich keine Ahnung beißen oder so beißen wirkte so klingt ja merkwürdig war das noch ein Mensch sah genauso aus wie gestern also jetzt am Ende nicht mehr jetzt am Ende war ja ein Haufen Asche aber und der andere den hat er mit dem Bogen zweimal getroffen und dann ist der Wagen die Böschung runter jenseits unserer Grenze haben wir Stopp gemacht und ihr wolltet nicht gucken wo beide gestorben sind wir verlassen unsere Grenzen nicht und ihr konntet auch nichts erspähen ist die Böschung runter die Pferde haben hoch gewirrt vielleicht haben sie sich auch was gebrochen oder so aber es ist Menschenland dort wir gehen da nicht hin aber du kennst doch die Bogen Fähigkeiten von Taino Baal wenn er geschossen hat hat auch getroffen mit Sicherheit aber ist doch merkwürdig erst wenn diese Menschen krank und blass und plötzlich greifen sie euch an aus dem nichts heraus und verwandeln sich in Asche nur der eine als ich meinem Speer aufgespießt habe ist er in Flammen aufgegangen was hattest du denn für ein Speer ganz normal diesen Speer zeigt ihn dir ein ganz normaler Speer mit einer ganz normalen Speerspitze aus Metall er hat ja auch gesagt dass ihm so furchtbar warm ist und er so eine Hitze hat hat er das ja das hat er doch ich hatte er hat mich zurückgezogen ich habe Abstand gehalten von diesen Menschen das war sicherlich klug nicht dass wir alle in Flammen aufgehen meinst du das passiert das kann ich mir nicht vorstellen vielleicht ist das wirklich eine Menschenkrankheit oder sie sind mit irgendwas in Berührung gekommen oder ein Zauber hat sie verhext nicht dass wir auch verzaubert werden das wäre schlecht hat denn der Zauber gewirkt den er da gesprochen hat also ich sehe keine Magie wir erweilten hier ich schaue mich mal um ob ich Magie wahrnehme also sie ist natürlich die magischen Essenzen deiner Mitstreiter dadurch dass Elfen magische Wesen sind natürlich immer eine Resonanz die man wahrnehmen kann und du siehst auch dass der eine auf jeden Fall einen Kampf Zauber gewirkt hat also Tainobal der jetzt schon ein paar Minuten her sein muss aber sonst kannst du keine auch wenn er dann zu dem Aschehäufchen rüber geht da ist nichts mehr an Magie Rückständen zu erkennen jetzt gehen wir noch an die Grenzen wo zur Böschung aber nicht über die Grenze rüber und schaue ob ich was von dem Wagen sehe in der Entfernung oder ob da irgendwie noch der Mensch ist in der Entfernung kannst du tatsächlich den Wagen noch ausmachen wie er irgendwie am Horizont entlang fährt das heißt die Pferde sind den Wagen weitergefahren aber wir wissen nicht ob der Mensch da drin ist oder nicht wir könnten ein Tier senden um das herauszufinden du darfst über die Grenze geh doch gucken alleine du bist die Wildnisläuferin wir sind nur Krieger wenn ich dann krank werde ohne Schutz Risiko das ist ein Risiko ich habe noch nie die Sippe verlassen also schon um Tiere zu jagen und nach dem Wald zu schauen und die Gebiete zu erkunden aber doch nicht um mich in menschliche Gebiete zu begeben na gut ich kann ihn ja noch ein bisschen folgen und schauen ob er wirklich tot ist und wo die Pferde hin wollen vielleicht verliert sich ja auf die Spur vielleicht finde ich auch was und dann werde ich davon berichten sagt Osa gebe Scheid dass ich unterwegs bin und die Fremden weiter verfolge und auch dass der eine zur Asche zerfallen ist da kannst du aber von ausgehen dass wir dem das erzählen vielleicht haben sie eine Idee was da passiert sein könnte vielleicht können sie in den alten Liedern nachforschen ob es so eine Geschichte schon einmal gab dann pass auf dich auf das werde ich passt auch auf euch auf und auf die Sippe nicht dass weitere Menschen herkommen wir schützen noch den Weg hierhin also den Weg den der Mensch kennt wenn er zurückkehrt wenn finden wir ihn ja vielleicht webt ja auch ein paar magische Lieder dass die Menschen den Weg nicht zurück finden wir sagen den Tieren Bescheid dass sie auch noch Ausschau halten sehr gut dann mache ich mich mal auf den Weg und vielleicht werde ich was herausfinden wie gesagt pass auf dich auf du folgst der Spur des des Wagens und bist auch tatsächlich schneller als der Wagen kommst dann irgendwann näher merkst dass die Pferde auf jeden Fall lahmen aber trotzdem den Wagen weiter ziehen auf so eine ist keine richtige Straße aber es ist so ein Weg wo der Karren jetzt irgendwie lang fährt auf dem Kutschbock allerdings kannst du erstmal niemanden mehr entdecken ich nähere mich mal den Pferden und versuche sie ein bisschen zu beruhigen dann bleiben sie stehen und zu hören was sie erlebt haben Verletzungen an den Beinen wo sie wahrscheinlich und die Böschung runter geschlittert sind dann kümmere ich mich erstmal um die Verletzungen und versuche mit den Kräutern die ich dabei habe die Wunden zu stillen kannst du so ein paar Verbände anlegen und dann höre ich mal in ihre Gedanken rein und versuche mich mit ihrem Geist zu verbinden ob sie mehr wissen was mit ihren Menschen passiert ist und ob die sich immer so verhalten die sind ein bisschen verängstigt weil sie senden dir so ein Angstgefühl und so ein irgendwas ist unnatürlich zurück schau mir mal den Wagen an vorsichtig und gucke erstmal ob ich irgendwas ungewöhnliches wahrnehme hörst tatsächlich wenn du irgendwie bei den Pferden draußen dann auch stehst auch schon ein tiefes Stöhnen aus dem Wagen Inneren ich gucke mir auch nochmal die Umgebung an ob ich noch irgendwas wahrnehme an Spuren oder Pferden oder nichts mehr von Belang Omen dann nähere ich mich mal langsam dem Wagen und bin mir nicht sicher ob ich mutig sein vielleicht will ich auch doch umkehren die Menschen bringt doch eh nun Böses in uns aber wer weiß nicht dass der auch jetzt gleich zur Asche fällt und vielleicht kann er ja auch sagen was passiert ist also schaue ich mal vorsichtig rein und versuche das so leise und unauffällig wie möglich zu machen das du versuchst den die Abdeckung des Planwagens leise und vorsichtig beiseite zu ziehen aber es macht so ein klackerndes Geräusch weil die Befestigung irgendwie anders angebracht sind als gestern als du auf den Planwagen geklettert bist und damit hast du nicht gerechnet aber links kannst du auf jeden durch das klackern gerade irgendwie aufgeschreckt und zu dir hinschauend siehst du das etwas aufgedunsen bleiche Gesicht von Rübenweiler wie er in deine Richtung schaut mit relativ getrübten Augen irgendwie einen Pfeil in der Brust und einen Pfeil im Hals stecken mutig ist allerdings die Wunde nicht das ist merkwürdig der japst so vor sich hin so normalerweise verfehlt doch niemand von uns sein Ziel naja die Pfeile stecken halt in Herzhöhe und im Hals also haben wohl getroffen aber er lebt noch das kann nicht sein oder er lebt nicht mehr ich weiß nicht was mit dem ist japst halt jetzt so vor sich hin Hilfe wie ich bin da ein bisschen perplex aber ich versuche mal mit ihm zu bist du auch tot ich weiß es nicht ich habe das noch nie gesehen können Menschen tot sein und gleichzeitig lebendig soll ich dir den Pfeil aus dem Hals ziehen aber dann bist du vielleicht wirklich tot er liegt gut dann ziehe ich mit aller meiner Kraft den Pfeil also ich breche erst die Pfeilspitze ab und dann ziehe ich den Holzschaft raus als du dich ihm näherst versucht er nach dir zu greifen dann weiche ich wieder was mit deiner Agilität auf jeden Fall sehr einfach vonstatten geht er ist nämlich relativ ungeschickt und ungelenk und durch den Pfeil durch die beiden Pfeile auf sehr Bewegung eingeschränkt allerdings entblößt er nun zwei Fangzähne zwei also seine äußeren Schähne sind leicht du scheinst kein Mensch mehr zu fauch dich an ich habe davon gehört von dieser Art Dämonen und Schatten du scheinst ein untot das Wesen geworden zu sein nun ich werde dir sicherlich kein Blut geben oder kein blutiges Reh vielleicht sollte ich dich einfach erlösen von deinem Zustand faucht nur nochmal in deine Richtung versucht dann über deine ganzen Waren rüber zu klettern um zu dir hin zu gelangen allerdings sehr ungelenk und langsam der Speer konnte ihn töten mit was könnte ich ihn töten ich habe meinen Bogen und meine zwei Dörche dabei Wann bist du denn zu einem Untoten geworden Mensch faucht nur zurück gut dann setze ich mal mein Dolch ein siehst schnellst nach vorne und siehst dem den Dolch mit einer raschen Bewegung quer über über die Brust an dem Weih vorbei der schon im Herzen Herz höher steckt und hinterlässt deine tiefe Schnittwunde leicht blutend das Hemd was er trägt nun rot färbend offensichtlich blutet er immerhin noch also er kann ja nicht ganz so untot sein wie kann man ihn denn töten er ist vorhin zu vielleicht muss ich ihn ins Sonnenlicht bringen oder so dann mache ich doch mal nehme ich mal einen Bogen und nee das klappt nicht versuche die Löcher in die Plane zu schießen meine armen Pfeile ja und das wird wohl ohne Probleme funktionieren irgendwie ja allerdings trifft dann Sonnenlicht auf ihn drauf der bewegt sich immer weiter so auf dich zu das scheint ihm aber auch nichts auszumachen hey Hunger ich gib mir was zu essen ich kann ihn nicht hier lassen und gehen könnte ich schon dann ist das das Problem des Menschen ist jetzt auch nicht mein Problem vielleicht können die besser mit Untoten umgehen als ich sollte die Pferde los machen nicht dass er die Pferde auf frisst dein Ton ist weg endlich die Pferde befreien genau also ich lasse ihn da mal rumkrabbeln was auch immer und lass mal die Pferde los dass die einfach abhauen können wenn du sie irgendwie davon treibst laufen die auch erst mal ein paar Meter weiter weg ich treib sie mal davon und sage ihnen flüstrieren ins Ohr dass sie dahin gehen sollen wo sie es mögen meinetwegen in die Stadt zurück oder aber in die Steppe in die Weite laufen erst mal ein paar Meter weiter weg und scheinen sich so ein bisschen unschlüssig wo sie jetzt hin sollen dann gucke ich mal wieder zum Untoten was der so macht der ist inzwischen rausgeklettert hat es rausgeschafft und kriecht jetzt irgendwie so auf dich zu okay das macht es irgendwie nicht besser gib mir Essen ja nein warum sind Untotes Wesen nicht Teil der Elfen Magie ich glaube ich sollte ihn einfach hier sterben lassen aber dann kommt er gleich wirklich zurück und siehst dass der Schnitt den du gemacht hast schon wieder verheilt ist warum hat dieser Sperr geholfen vielleicht habe ich irgendwie Magiezauber der helfen könnte ihn zu töten ich glaube nicht vielleicht habe ich irgendwas anderes in der Nähe was wie ein Sperr ist haben die Menschen Sperre auf ihrem Wagen Essen habe ich Essen auf dem Wagen was ich ihm geben könnte vielleicht geht es ihm dann besser weißt noch von deiner Wagen Untersuchung dass da auf jeden Fall Nüsse waren hilft ihm wahrscheinlich nicht wenn er eher so blutiges Rehaben will ich werfe ihm mal ein paar Nüsse hin und beobachte das Ganze und erst wirfst ihm so die Nüsse hin und schaut er dich so an nimmt die Nüsse und stopft die sich so in den Mund und dann erstmal passiert gar nichts kaut jetzt auf den Nüssen rum hat aber dann davon abgelassen die hinterher zu kriechen erstmal ok dann gucke ich mich mal um ob ich noch mehr zu essen finde in Umgebung schaust dich so um und hörst dann irgendwann so ein zischendes Geräusch von draußen also von Richtung Wagen zurückkehrst siehst du wie er dem Händler der Unterkiefer weggeätzt ist quasi und er sich langsam beginnt vom Unterkiefer her auf zu lösen das scheinen interessante Nüsse gewesen zu sein was bleibt ist ein Häufchen Asche ich bin ein bisschen fasziniert man kann Menschen mit Nüssen töten und Asche verwenden aber anscheinend nicht mit Dolchen und Fein und Tote Menschen kann man mit Nüssen töten und mit Speeren die vielleicht auch aus irgendeinem Holz oder Nuss sind wer weiß das schon ich bin sehr verwirrt ich gucke mir nochmal den Wagen an ob ich irgendwelche Hinweise oder Spuren finde auch wenn ich den Wagen eigentlich schon kenne aber vielleicht ist irgendwas jetzt anders was ich vorher noch nicht wahrgenommen habe sieht halt fast so aus also bis jetzt wesentlich durcheinander weil der Typ da irgendwie anscheinend drin gewütet hat aber findest da jetzt nichts Neues was du gestern nicht auch schon gesehen hättest naja jetzt sind die Menschen immerhin tot und tot jetzt können sie uns vielleicht auch nicht mehr schaden dann sind ist noch was von diesen Nüssen da ja nehme ich die mal vorsichtshalber mit vielleicht wissen die anderen was das für Nüsse sind und warum die Menschen in Asche verwandeln können und dann mache ich mich zurück zu meiner Sippe was du wohl siehst warte mal ist dass auf dem Beutel von den Nüssen ein merkwürdiges Zeichen eingeritzt ist was du vorher noch nicht gesehen hast und zwar ist das ein kreis und in dem kreis ist ein dreieck gezeichnet das so über die ränder des kreises leicht hinaus geht und dessen seiten so leicht nach innen eingedrückt sind und innerhalb von diesem kreis von diesem kreis und in dem eingedrückten dreieck finden sich zwei längliche striche die fast so aussehen als würden sie so was wie augen oder so darstellen ich begutachte das einfach mal merkst mir und nehme es mit das ist auch der beutel in dem die nüsse sind und dann bringe ich einfach alles zusammen zurück schaue ob ich die krieger noch auf dem weg finde und sie einsammle ansonsten gehe ich einfach gleich zurück und gehe zu meiner Sippe und schaue wo alle sind und ob ich Musage finde um mit ihm zu reden ja kehrst zurück und findest halt alle Feuer vor also an der Feuerstelle das Feuer brennt gerade nicht dann näre ich mich ihnen und höre erstmal und beobachte ob sie schon über die Situation reden weil die Krieger ja sicherlich davon berichtet haben die Krieger sind noch nicht zurück gekehrt aber die hatten ja auch gesagt dass sie den Weg beobachten dann näher ich mich und fange das Gespräch mal mit ihnen an und erzähle was passiert ist ungläubiges raunen und du musstest direkt nochmal erzählen und nochmal erzählen und ja betretenes Schweigen danach habt ihr sowas schon mal erlebt dass Menschen zu Untoten werden oder ist das eine Art neuer Krankheit Menschentrankheit oder und diese Nüsse habt ihr die schon mal gesehen wisst ihr was das ist nein aber dieses Zeichen das hat dieses was da auf dem Beutel ist das hat dieser Mensch auch auf einem Silberstück gehabt was er mir gegeben hat auf einem Silberstück nicht dass das Ja hat es mir zu dem Geschmeide dazu gegeben und hat gesagt das würde man so machen wenn man einen guten Handel abgeschlossen hat es würde Glück bringen oder sowas was auch immer das ist da sollten wir mit vorsichtig sehen nicht dass es ein magisches Silberstück ist oder irgendwelche Nein ist es nicht magisch habe ich direkt untersucht vielleicht ist es das Zeichen von dem Land von dem Fürsten von den Menschen das kann sein ja vielleicht gehört das ihm diese Nüsse an ihm vielleicht auch vielleicht sehr sehr merkwürdig also wir sollten uns nie wieder mit Menschen einlassen die zerfallen am Ende zu Asch und bringen nur Ärger meint ihr irgendwann ist schon mal sowas passiert gibt es alte Lieder davon wissen das die ganz ältesten ob jemals Menschen sich in Asche verwandelt haben in Untote 0 1 1 2 1 Vielen Dank. So aus dem Stehgreif kann ich dir das wirklich nicht sagen, also ich muss da mal wirklich, ich werde nur ein paar der alten Lieder ins Gedächtnis zurückholen. Ich meine, ich hätte da irgendwann mal was von, ja ich glaube so was ähnliches habe ich schon mal gehört. Wir sollten dem vielleicht nachgehen, nicht dass da noch mehr davon kommen. Was meinst du, was meint ihr? Sollen wir unser Dorf schützen und uns einfach abschirmen von den Menschen? Oder vielleicht hat das auch was mit dem Sternenfall zu tun, dass Menschen zu Untoten werden? Ich glaube, wir sollten keine Menschen mehr herlassen. Das war wirklich ein Fehler. Ja. Wir sollten unsere Sippe auf jeden Fall schützen und so gut abstimmen wie möglich. Nicht, dass wir auch noch zu Untoten werden. Mhm. Das darf nicht passieren. Etwas, was nicht lebt und nicht tot ist, ist nicht natürlich. Es ist ein Zeichen des, schaut so ein bisschen rechts und nach links, des Dasa, des Unseins. Und wir haben es mitten unter uns gelassen. Wir sollten uns schnell schützen und unsere Lieder singen, um uns davon fernzuhalten und möglichst das Licht wieder in unsere Mitte zu lassen. Ja. Das ist, das ist so. Nicht, dass es uns herabzieht in die Schatten und uns auslöscht. Es gibt Elfen, die wurden ausgelöscht vom Schatten. Einfach so, weil sie zu viel mit ihm zu tun hatten. Ja. Ja. Ja, genau. Jetzt, wo du es sagst, das ist das alte Lied, dieses, was wir lange nicht, also was wir nicht singen, das Lied des, des Falls. Und mein Urgroßvater hat es mir beigebracht. Ich habe es niemandem weitererzählt. Und das will ich auch nicht, aber ich will es nicht mehr singen, aber es erzählt von einer Gefallenen, einer Verführerin, die im Namen eines Gottes uns erinnerte in etwas, was erfüllt ist vom DASA. Mhm. Und es weit, und alles weit weg von einem Traum brachte in die Dunkelheit. Das klingt sehr gefährlich und unheimlich. Das sollte uns auf keinen Fall passieren. Wie können wir uns davor schützen? Das Licht Madaias, der Sterne und des Mondes, brachte diese Wesen meistens aus, nicht um, aber es schadete ihnen. Und man konnte sie nur im Sternenlicht vernichten. Hm. Nun haben wir sie aber auch vernichtet. Haben die Nüsse was mit Sternenlicht zu tun? Nein, ich wüsste nicht, wie. Vielleicht sollten wir das Sternenlicht finden und hierher bringen, um uns zu schützen. Wie kommen wir da ran? Wie kommen wir an die Träume von Madaias? Madaias Träume sind für uns erst einmal unzugänglich. Ja. Sie ist weit weg. Die Waldelfensippen schützen sie. Nur die Legenden wissen noch von ihr. Und die ganz alten Lieder. Manche meinen, sie ist schon gar nicht mehr in dieser Wirklichkeit, sondern schon längst in den Träumen und in dem Licht zurückgegangen. Hm. Dann könnten wir allerdings auch nicht mehr träumen, würde ich sagen. Das stimmt. Ob sie uns helfen können, herauszufinden, was das war und ob das Böse zurückkehrt? Hm. Ob die Elfen vielleicht mehr wissen, die sie hüten? Es soll eine Art Zugang geben in Madaias Träume. Eine Zugang? Ja. Hm. Ich habe Kunde davon bekommen von den Waldhütern der Sippe nördlich. Sie waren bei einer Einweihung oder so etwas dabei, einer Übergabe. In einer Menschenstadt, wo Menschen mit Elfen zusammenwohnen. Da soll es einen Ort geben, wo Madaias Träume betretbar sind. Für Menschen und für Elfen. Und in dieser Stadt soll deswegen ein, also Harmonie sein. Nur wegen diesem Zugang. Anders kann das ja auch nicht sein. Wenn Menschen und Elfen zusammenwohnen, kann das keine Harmonie bringen. Das bringt doch nur Unhalt. Das haben wir doch jetzt selber erlebt. Sie nannten es Vermächtnis der Völker. Vermächtnis der Völker. Und Elfen und Menschen in einer Stadt? Ja. Ob wir da was rausfinden, wie wir uns schützen können? Ich weiß nicht. Unsere Sippe korrumpiert? Vielleicht. Vielleicht sollten wir uns auf den Weg dahin machen und das zusammen erkunden. Hm. Ich habe irgendwo noch diese Landkarte, die ich damals bekommen habe. Vielleicht. Aber ich denke, wir sollten nicht alle gehen. Wir sollten. Ich glaube, wenn, dann solltest du gehen als Waldläuferin. Du bist am schnellsten und am geschicktesten auch im unbekannten Weg, den Weg nicht zu verlieren. Das ist eine große Last, die Sippe zu verlassen. Nicht, dass ich in die Schatten gezogen werde und nie wiederkomme und den Weg verlasse. Ich bin ehrlich, wenn das wirklich eine Stadt ist, in der Menschen und Elfen zusammenleben und du dann dort bist unter Menschen und dann zurückkehrst, bin ich nicht sicher, ob du hier noch weiter willkommen bist. Wir wissen nicht, was du dann mitbringst, nach dem, was wir hier erlebt haben mit den Menschen. Aber ohne die Sippe bin ich ja nichts. Es gibt kein Elfen, keine Elfen ohne Sippe. Hm. Außer vielleicht in dieser fernen Stadt, wo ja offensichtlich Elfen und Menschen, was auch immer sie da treiben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war nicht dort. Ich kann es dir ja nicht sagen, aber... Und wahrscheinlich ist das so wie die Pferde, was sie da berichtet haben, lauter Steine und Kanten. Es ist auf jeden Fall weit, weit weg. Und es wird eine lange Zeit sein, die du nicht zurückkehrst. Ich kann dir auch nicht sagen, was bei dir passieren wird auf deiner Reise. Und das, was ich dir gerade beschrieben habe, wäre das Schlimmste, was passieren kann. Dass du krank zurückkehrst und wir dich nicht mehr hier in unser Lied lassen können, weil wir sonst alle erkranken. Aber das wirst du dann sicher auch nicht. Auf keinen Fall. Ich würde niemals die Sippe gefährden. Aber im besten Fall erfährst du dort, was passiert ist und wie wir vorgehen sollen. Dort sollen sehr weise Männer und Frauen sein. In dieser Stadt. Ja, und vielleicht finden wir auch heraus, warum die Menschen so dicke Bäuche haben. Das wäre ja auch mal ganz interessant. Und ob sie wirklich so viel Reh essen können. Oder ob das jetzt nur diese zwei waren, weil sie lebendig tot waren. Das macht mir immer noch zu schaffen. Sie wirkten so normal. Ja. Der eine, der andere war ja krank. Ja, aber er wurde ja dann auch krank. Dann waren die beide krank. Vielleicht sind Menschen so, aber vielleicht hätten wir es auch sehen können, hätten wir die Menschen gekannt. Was sagen denn die anderen aus unserer Sippe? Wir werden abstimmen, ob wir dich schicken sollen. Also ich sehe das noch nicht, aber ich mache natürlich das, was die Sippe sagt. Und wenn die Sippe sagt, für uns alle ist es das Beste, wenn wir herausfinden, wie wir uns schützen können und wie wir uns von dem DASA entfernen halten. Nicht, dass es wiederkommt und uns vernichtet, dann werde ich gehen. Dann werde ich mich dem Wind, der Sippe unterwerfen. Denn das ist das Beste für uns alle. Und besser nur eine von uns wird dem Lied entfliehen und nicht mehr aufgenommen werden, als dass es uns alle trifft. Richtig. Das wäre das Opfer, was du bringen musst. Dann bin ich dafür bereit, dann sollten wir alle abstimmen. Ich werde mich enthalten. Dann wird es so sein, dass es eine Unstimmigkeit gibt unter den Elfen deiner Sippe, ob man das tun soll oder nicht. Vor allen Dingen viele von denen, die oft mit dir zu tun haben, möchten nicht, dass du gehst. Vor allen Dingen Fae-Aria möchte das nicht. Dass du weggehst. Allerdings wirkt die heute auch ein bisschen merkwürdig. Blass ist sie. Hoffentlich verwandelt sie sich nicht auch. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Nicht, dass sie auch noch krank wird. Das wäre schlecht. Vielleicht rede ich nochmal schnell mit ihr. Vielleicht kann ich nochmal hören, was bei ihr los ist und welche Sorgen sie hat. Ja, vor der Abstimmung kannst du gerne nochmal mit ihr reden, ja. Ich rede nochmal mit ihr, was sie dazu denkt. Ja, ja. Wie geht's dir denn? Was war denn gestern Nacht? Du siehst so blass aus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich fühle mich nicht so gut. Ich habe gehört, was du erzählt hast. Das ist unglaublich. Bist du den Menschen zu nahe gekommen? Haben sie dir was getan? Ich war neugierig. Ich finde diese Menschen faszinierend. Sie haben was Faszinierendes, aber auch was sehr Gefährliches. Ja. Und hast du was herausgefunden in deiner Neugier? Ich weiß nicht mehr. Es ist wie ein dunkler Schleier über meinem Gedächtnis. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich nicht mehr, wie ich eingeschlafen bin. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich dieses Lied in das Ohr des Fremden gespielt habe. Welches Lied? Das Heilungslied. Sehr merkwürdig. Gibt es etwas, was deine Finsternis lichten kann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich deine Gedanken dann erahnen oder spüren, was du erlebt hast. Ja. Lass uns das machen. Dann singen wir zusammen. Dann singt ihr gemeinsam und verbindet eure Seelenlieder miteinander. Und das fällt dir merkwürdig schwer, weil die Dissonanz in Fearias Lied deutlich spürbar ist. Es ist schon fast so, als wäre sie nicht sie selbst. Auf jeden Fall ist es so, als ist es nicht mehr so, wie das schon einmal, wo er das gemacht hat. Das macht mir tatsächlich Sorgen. Nehme ich irgendwas oder bekomme ich das mit, was sie erlebt hat? Kann ich hinter die Dunkelheit sehen? Du bekommst nur das mit, was sie selber weiß. Und das ist von einer heraufkriechenden Dunkelheit befallen. Es ist, als würde ein schwarzer Nebel in ihren Erinnerungen hochkriechen und sich immer mehr davon bemächtigen. Sie langsam ausfüllen von innen. Wenn das uns alle ereilt. Dann spürst du in ihr drin ein Gefühl, das ungewöhnlich ist. Nämlich einen abgrundtiefen, ungestillbaren, großen Hunger. Scheinbar hat sie das auch erwischt, die Krankheit. Was? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Vielleicht wäre es gut, wenn du dich erstmal fernhältst. Und ich versuche schnellstmöglich ein Heilmittel für dich zu finden. Ich glaube, mein Entschluss steht fest, ich muss die Sippe verlassen. Ich muss einen Weg finden, dich zu heilen und alle zu retten. Nicht, dass alle anderen auch noch von diesem Bösen befallen werden. Was ist denn mit mir? Ich fühle mich nicht besonders, aber was hast du gesehen? Da ist Dunkelheit in dir und ein großer Hunger, wie bei den Menschen, die hier auch so hungrig waren. Ganz ungewöhnlich für dich, sowohl die Dunkelheit als auch der Hunger. Normalerweise bist du nur Licht und Harmonie. Und nun besteht dein Geist aus Dissonanz und Dunkelheit und diesem Verlangen nach Nahrung. Und jetzt? Du solltest, ich werde den anderen Bescheid sagen, dass sie dich in Haidieder wegen. Und du solltest dich isolieren, so gut wie möglich. Und ich versuche, ein Hai mit dir zu finden. Und notfalls gibt es diese Nüsse. Also, wenn du merkst, du kannst es nicht kontrollieren, solltest du sie essen. Dann gib mir die sofort. Aber dann stirbst du. Ach so. Naja, das will ich nicht. Das wäre schlecht. Und die Menschen sind dann zu Staub zerfallen. Ich will nicht, dass du auch zu Staub zerfällst. Das könnte passieren. Wir müssen den anderen davon Bescheid sagen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Wir sagen den anderen Bescheid. Und auch, dass es diese Nüsse gibt. Und dass sie auf dich auch passen sollen. Und ich werde mich wohl tatsächlich aufmachen müssen. Und irgendwas finden müssen. Dann stimme ich doch dafür, dass du gehst. Ja, und ich hoffe, ich bin schnell genug zurück, um dich retten zu können. Und nicht selber mit in die Schatten zu gehen. Aber lieber, ich gehe in die Schatten, als dass du lebendig tot wirst. Mach das nicht wegen mir, mach das wegen den anderen. Auch, ja. Weil wenn du krank wirst, dann könnten alle krank werden. Du könntest sie anstecken. Ich glaube, ich gehe nicht mehr zurück zu den anderen. Wo willst du hingehen? Rauf auf die Felsen. Weg von hier. Ich darf keinen anderen anstecken. Sage ich den anderen Bescheid und du... Nein, sag ihnen nicht, wo ich bin. Und ich will auch gar nicht wissen, wo sie sind. Kannst du mein Gedächtnis an dieses Dorf vernebeln? Das kann ich tun. Ich kann dein Gedächtnis vernebeln und du kannst dich alleine auf den Weg machen. Aber denk dran, ohne Sippe bist du nichts. Ich versuche, dich dann wieder zu finden. Ich möchte keinem schaden. Das verstehe ich. Das würde mir genauso gehen. Denn nimm ein paar von den Fällen mit, die die Menschen hier gelassen haben. Und ein paar von den Sachen, dass du nicht erfrierst im Winter. Ich komme schon klar. Sag den anderen, ich stimme dafür, dass du gehst. Das mache ich. Dann singe ich noch das Lied, um ihre Gedanken zu vernebeln. Ja. Du sagst den anderen Bescheid und als du zurückkehrst, ist sie schon nicht mehr da. Und die Anna, also Osagil auf jeden Fall, ist sehr außer sich auf der Situation und schickt sofort einige Krieger irgendwie Richtung Berg, wo du gesagt hast, dass sie hingeht, dass er sie zurückholt. Und das kann ja, vielleicht kann er ihnen ja helfen hier und so. Und das war alles total überstürzt. Aber selbst die Krieger kehren dann zurück und finden sie nicht wieder. Auch die Spuren scheinen merkwürdig im Nichts zu verlaufen. Und dann geht alles sehr schnell. Also auch die Leute, die vorher noch dagegen waren, dass du gehst, sind auf einmal dafür, weil sie auf einmal merken, wie dringlich diese Sache ist und wie nah die Krankheit doch ist. Dann werde ich wohl dieses auch verbringen. Ich denke, ich packe meine Sachen und nehme meinen Bogen und die Däuche mit und rüste mich aus, auch mit Kräutern und ein bisschen Essen, Beeren. Du bekommst von Osagil die Karte. Die Karte, genau. Und hoffe, dass ich in diesem Ort, von dem gesprochen wurde, wo alle Völker zusammenkommen, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Aber vielleicht kann ich mit den Elfen Kontakt aufnehmen und mich so fern wie möglich von den Menschen halten. Es gibt ja noch genug Sippen in der Umgebung. Genau, ich werde mich aber den Sippen anschließen. Vielleicht nehmen sie mich in ihr Lied auf, damit ich nicht ganz ohne andere Elfen sein muss. Okay, und so bricht Schayariel Eulenschwinge aus dem Hüter der Sterninsel Sippe auf ins Unbekannte. Zur großen Stadt aller Völker nach Gerasim, wo alle Völker in Eintracht zusammenleben, was unvorstellbar scheint, wird sie dann doch irgendwann eine Erfahrung bringen. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal und die Vorgeschichte ist heute dann beendet. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir sind noch im Spielen. Das ist jetzt die Aufnahme in Zoom, die ich gerade beendet habe. Ja, puh, mal sehr viel Zeug, was man, dass da so auf einen zuprasselt. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Ja, danke. Ein bisschen was gezeigt. Und die Verunsicherung, ob der Todesweisen dieser merkwürdigen Wesen, kann ich durchaus nachvollziehen. Die ist auch nicht ganz einfach. Komische Vampirviecher. Genau, ja. Die Vampire in DSA sind besonders. Diejenigen, die sich in der Lore auskennen, Menschen zwischendurch ein bisschen gekichert haben. Die sterben nicht alle gleich. Das ist jetzt ein bisschen, aber den Vampiren anders. Okay. So viel sei verraten. Also nicht klassisch Silber, Knoblauch und Sonnenlicht. Genau, ja. Das mag auch bei dem einen oder anderen funktionieren, aber ja. Also ich werde, denke ich, in der Kampagne noch ein paar Mal über solche Geschöpfe stolpern. Vielleicht kommt dann irgendwann auch heraus oder ihr bekommt irgendwann Kontakt zu jemandem, der sich besser auskennt mit diesen Wesen. Also, dass du da mal ein bisschen Hintergrund bekommst. Aber ich glaube, das will ich jetzt nicht spoilern. Auch sehr interessant, die Sippe, die überhaupt keine Menschen mag, jetzt aufgeht in das Vermächtnis der Völker und dann da irgendwie totale Eintracht, wie die dann zusammenleben, vorfindet. Das wird bestimmt auch eine interessante Szene abgeben. Wie war das mit dem Torwaller, der keine Elfen mag? Das wird spannend. Eine Elfe, die keine Menschen mag, ein Torwaller, der keine Elfen mag. Das passt super zusammen. Ihr werdet euch super ergänzen. Das hat schon was Faszinierendes, die Menschen, aber man muss sich halt nicht zu viel mit ihnen abgeben. Ja, das ist richtig. Gut, Shaiyari kennt das ja nun auch nicht anders. Genau, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, Tengi schreibt auch, interessante Geschichte, da ist einiges an Potenzial drin. Guter Charakter, ich bin schon auf den Rest der Truppe gespannt. Ja, sehen wir auch, genau. Da habe ich auch noch direkt eine schlechte Nachricht für alle, die die zugucken. Ich habe ja die ganzen Charaktere alle schon geteasert. Allerdings ist einer von diesen Charakteren schon wieder Schnee von gestern, weil leider musste Sierra die Runde absagen. Weil sie sich beruflich, irgendwie ist das jetzt zeitlich für sie viel, viel schwieriger geworden, sonntags zu spielen. Und da sie ja auch in der Splitterdämmerung mitspielt, hat sie gesagt, sie spielt lieber konstant in der Splitterdämmerung mit, als irgendwie mit den Terminen so zu jonglieren, dass es sonntags irgendwie immer geht. Das Real Life hat da richtig reingekickt und deswegen fällt diese neue Kampagne für sie dann raus, leider. Ja, falls ihr da draußen Lust habt mitzuspielen, wir hätten also wieder einen Platz zu vergeben. Könnt euch gerne bei mir über Discord melden. Noch gern jemand. Wir sind offen für alle, aber es wäre cool, wenn das eine Flinterperson wäre. Genau. Genau, das wäre ganz nett. Muss nicht, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre das super cool. Ich merke gerade, ich habe gar keinen Discord-Shortcut dem Bot beigebracht. Das ist ein Tragik. Habe ich eigentlich eine Stadtpoetin-Ding gemacht? Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich, guck mal. So, also da findet ihr die Stadtpoetin, falls ihr noch mehr wissen wollt von ihr. Links zur Homepage, zu Twitter und zu Instagram. Noch gibt es Twitter. Ja, vielleicht bin ich demnächst nur noch bei Mastodon, das weiß ich nicht. Ja, das weiß man ja nicht so genau, was mit dieser Plattform passiert. In meiner kleinen Bubble habe ich noch keine großen Veränderungen wahrgenommen, außer dass alle irgendwie Panik schieben. Aber wir werden es erleben, was damit passiert. Vielleicht fährt der merkwürdige Milliardär, der nur eine coole Idee hatte in seinem Leben bisher, mit den E-Auto-Sachen, das ganze Ding vor die Wand und dann stehen wir da und müssen alle gucken, wo wir sonst uns irgendwie vernetzen. Das wäre sehr traurig. Ich finde Twitter eigentlich, obwohl es mich manchmal nervt, ziemlich gut. Ja, es ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen Heimat geworden, also über die Jahre. Das ist schon sehr schade. Man muss sich halt an gewisse Regeln halten, ansonsten wird Twitter sehr schnell toxisch. Aber ja, wir machen mal gucken. Solange du das Handeln noch hast, kann man nicht dort finden, denke ich. Ja, ansonsten auch über den selben Handeln. Also ich bin ja auf allen Kanälen immer, außer bei Facebook dann nicht, aber sonst mit dem selben Handeln unterwegs. Genau, also einfach mal reinschauen, Follows und Liebe dalassen, immer gut. Und falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, der nächste Charakter ist der Charakter vom guten Pölle. Der spielt wieder einen völlig anderen Teil. Da kommt das Horas-Reich diesmal hervor und das werden wir in zwei Wochen erleben. Und nächste Woche geht es weiter mit der Splitterdämmerung. Da gehen wir wieder in die Ostrabenmark hinein. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Und guckt morgen auf YouTube die Premiere von neulichen Aventurien. Da geht es um Havena. Also wieder was anderes als Aventurien. Alles klar. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Alles gut. Macht's gut. Schönen guten Nacht, Tag oder Mittag. Je nachdem, wann ihr das hier schaut. Tschüss. Ciao. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du könntest dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.